so moin und willkommen zurück zum freitag stream mit scum ja jetzt muss ich erst mal gucken im moment mist ich muss doch jetzt ja muss gerade echt mal gucken was haben wir denn gestern gemacht hier das sind die das sind die das ist wunderbar jetzt müsste ich nun mal wieder runterkommen das heißt ich muss ja ich muss das zeug jetzt hier durchziehen es ist wenn man so blöd baut wie ich muss man halt gucken wie man den ganzen schritt hier irgendwie dann auch dahin kommen wo man sehen möchte so das problem ist ja meine säge ist schon langsam ziemlich kaputt wir wollten bauen so ich brauche dass ich brauche sei ich brauche stücke stücke brauche ich auch das ist schon wieder misst dann gehen wir jetzt erstmal hier lang weil mir fällt gerade auf wir brauchen ja stücke und seile und wir haben keine seile mehr in die hände nehmen so ach nee dann schmeißt der hemmer das blöde zeug raus das blöd macht doch nie sowas in die hände nehmen ja für alle die dies wundert ich habe heute morgen noch schnell ein youtube video gemacht für heute weil ich total vergessen habe dass ich für heute gar kein video mehr hatte aber ja es ist dann nicht so gelaufen wie ich wollte das doch wieder falsch rum denn ich war leider zu blöde und habe die hände nehmen erst gebaut und dann gemerkt dass der zaun krumm wird was nicht so wirklich toll war deshalb habe ich jetzt mal neu gebaut deshalb steht die blau frause da da fehlen glaube ich noch bretter drin aber ich wollte ja gleich erst mal ups den zaun bauen für die terrasse genau und dann machen wir hier mal weiter wird der gleich dunkel des weiteren haben wir dann hier das problem also einmal bauen dann jetzt auf jeden fall erstmal irgendwie den ganzen oben wollte ich eigentlich auch noch ausbauen ich sage im moment ich habe so viel zu bauen hier dadurch dass mein sohn jetzt doch ab und an spielen will der möchte das haus da oben behalten ich wollte auch noch ein bisschen was umbauen das heißt das ist alles ein bisschen kacke gerade echt wenn ich ehrlich bin ja muss ich jetzt natürlich meine planung wieder ein bisschen um denken hier so dann haben wir das hier mal alles in kleine stöcke jetzt übrigen weil sich gerade schon wieder was mir fehlt so wir machen ein bisschen musik bei kaum zu glauben dass heute schon wieder freitag ist und fast wieder wochenende so in kleine stöcke zerteilen ja das ist im übrigen dann auch der grund warum ich heute eigentlich ein bisschen was später da bin wie sonst eigentlich immer eigentlich fange ich ja meistens schon punkt 9 an oder kurz nach neun haben wir heute irgendwie mit dem video das war na ja irgendwie habe ich gerade weil sie nicht zu viele projekte auf einmal dann hat twitch youtube dann bei youtube jetzt ist korn youtube und mach jetzt noch auch noch zwischendurch eine one zu läuft ist gerade echt ein bisschen heftig irgendwie der tag hat viel zu wenig stunden für das was ich alles machen möchte ich bin aber auch irgendwie gerade der meinung dass wir hier zu wenig lange stöcke hatten oder so weiß nicht also der baum hier ist übrigens auch eine vater morgana den gebet gar nicht wie ihr seht weg also ich muss jetzt noch mal schauen also ich weiß nicht wer von euch gestern den tweet von ich muss noch nie mal mehr wie der entwickler hieß gesehen hat das ist es wird ja echt langsam heftig hier also wir sollen eine ganz neue große stadt kriegen also die große großstadt also eine riesenstadt die soll anscheinend irgendwo beim atomkraftwerk kommen so wie es aussieht wenn ich das so richtig interpretiert habe also es wird heftig also die soll noch größer werden wie die großstadt in der nähe wie gesagt vom atomkraftwerk ich gehe mal davon aus sieben stücke brauche ich dann da ich gehe echt davon aus sehr toll ich hätte das andere alles gar nicht gebraucht oder so viele dings nicht ich gehe wie gesagt davon aus dass das eine riesengroße stadt wird vielleicht sogar verstrahlt wenn die beim atomkraftwerk oder so ist dass man dann demnächst wirklich nur noch mit strahlenschutzanzug looten gehen kann oder so also da gehe ich zumindest mal von aus so dann packen wir das zeug hier meine jacke weiß nicht möchte ich jetzt jedes mal komm ich mache erstmal zu möchte ich jetzt jedes mal hochlaufen um die stöcke zu holen aber ganz ehrlich ich möchte nicht jedes mal möchte auch nicht die ganze kiste jetzt mit runterschleppen das ist wieder alles planung voll für den popo voll daneben ach so wir sollten vielleicht auch die kiste mitnehmen wenn man die baumstimme mitnehmen wollen inventar öffnen baumstamm fallen lassen hallo fallen lassen danke so vor allen dingen ein so ein teil braucht mehr wie hatte mal ich glaube ich habe hier vorne unten oben keine ahnung also eigentlich dahinter habe ich doch noch glaube ich so ein ja ich würde sagen 1 habe ich noch in die hände nehmen dann müssen wir die jetzt da oben zersägen so ich verlaube mich wollte selber in meiner eigenen base ich sie es immer wenn man sich schon selbst verläuft ist es schon mal gut für ein raid dann verlaufen die sich auch aber davon abgesehen bei uns kann hier nicht geradet werden da wir ja in der safe zone sind aber ich habe immer noch keinen grund gefunden wieso hier in der safe zone keine zombies kommen ich weiß es nicht definitiv nicht also ich habe gestern mal geguckt das ist nichts eingestellt dass wir keine zombies kommen dürfen sparen dürfen es ist ganz ganz merkwürdig soja und es wird eigentlich ich wundere mich schon das ist jetzt schon was haben wir halt sehen das ist immer noch hell auf dem server das ist ich weiß es nicht warum aber eigentlich hat man es um die uhrzeit schon immer dunkel ein kleine stücke zerteilen jetzt muss ich auch gerade im übrigen noch mal gucken ob jetzt haben sie auch richtig rum ist alles sieht eigentlich so aus ich glaube das teil hier ist falsch ach man bestöre also weil eigentlich handwerk bauen die halbe gedönse hier ja das sollte eigentlich genau so aussehen glaube ich ich glaube ich hoffe ja ich glaube schon so dann müsste da jetzt ein baumstamm rhein winter öffnen fallen lassen ja ich glaube so ist richtig fallen lassen wunderbar warum fehlt da schon wieder ein stückchen kommen gibt es ja gibt es stückchen kommt eine so das ist schon mal gut muss ich nur gucken wir haben nämlich hier drin wenn nämlich nicht alles noch stücke liegen aber da sind genau hier drin wunderbar handwerk das zeug hier bündeln bündeln so dann bündeln wir mal kurz die hier er müsste wunderbar oder die denn jetzt da in die hände nehmen das war's so da hinaus da hinein belegen in kleine stücke so dann die halben dinge hier ich glaube so haben wir richtig drei vier fünf sechs sieben acht und neun wunderbar ich hoffe wir kommen auch mit den bücken aus wenn ich ehrlich bin das wäre schon ziemlich doof wenn das nicht passt weil wir zu wenig stücke obwohl wir haben ja dann noch genug so im moment wo sie mal hier doch wir haben ja notfalls da noch ein paar büsche die wir zerlegen können so zur allergrößten not so zerlegen passt nicht super auch hier möchte ich nochmal im übrigen sagen vielen dank für alle leute die hier mit auf dem server spielen ich habe gestern schon scherze selber zu meiner frau gesagt ich muss den server vergrößern weil es sind 48 leute hier auf dem server registriert 48 leute bei einem 50 slot server das heißt es ist schon echt heftig also ich hätte damit nicht gerechnet und ich möchte mich da echt nochmal bei allen bedanken die auch wirklich hier mit auf dem server sind und spielen und spaß haben und ja auch dass wir dann mal richtig groß und richtig geile community werden da hätte ich echt spaß dran und die sache vor allen dingen ich hätte damit nie gerechnet ganz ehrlich nicht und ich bin da echt total happy darüber dass das so gut angenommen wird 123 so denn ich sage ich habe damit echt nie gerechnet ich war echt schon überlegen habe ich überhaupt so einen großen server mieten soll weil ich gedacht habe mehr wie 10 15 leute werden hier ähnlich spielen aber ich bin echt eines besseren belehrt worden und ich bin total happy muss ich ganz ehrlich gestehen so zerteilen ich hoffe der nimmt jetzt auf den busch und mich ja das sieht gut aus dass der busch ist das wäre es jetzt noch der zerteilt dann mal so die na wo ist denn jetzt hallo wo sind denn jetzt die anderen stücke er will mich ärgern das ding hat aber mehr wie zwei kleine stücke oder liegen die oben eigentlich nicht ich finde das wirklich jetzt findet er nur ein das heißt ich muss jetzt noch ich gehe jetzt einfach andere büsche zerlegen weil der markt da nicht ich habe keine ahnung so ein kleine stücke zu teilen das ding hier auch noch mal ein kleines stück einmal und einmal also hätte ich gewusst dass so lange hell bleibt noch hätten wir dort nochmal in die city fahren können oder so das ist echt schon merkwürdig muss ich ja ganz ehrlich sagen weil eigentlich es ist um die zeit schon aus dem dunkel aber heute irgendwie nicht das ist ja aber man sieht ja die sonne geht da hinten irgendwo unter im westen also dann zerlegen zerlegen nochmal zerlegen wenn er mir jetzt gleich wieder sagt es fehlt irgendwas dann weiß ich auch nicht so aber wir hätten nur noch 14 stücke gebraucht wurden aber ich wollte sagen und 15 hatten wir 1 2 so die ist da die ist da fertig die rasse fertig hervorragend wieso das heißt eigentlich könnten wir ich glaube wir sind hier unten fertig gewesen das heißt wir müssten jetzt mal hoch gehen so ok der will irgendwie grad das ist blöd warum macht er denn das nicht dahin so jetzt geht's dann wollen wir das war mal dahin stellen wenn wir eigentlich eigentlich moment ich muss gucken habe ich da habe ich da habe ich damit hier habe ich nicht kommen wir sind sogar noch aufrüsten aufrüsten ihr fehlen acht bretter 16 bretter und acht holz hatte hätte ich eigentlich dreck dründen lassen können super toll super schmeißen wir mal wieder hier runter 123 fast dann haben wir jetzt hier nochmal die vier ein 12 ganz ehrlich die kiste kümmern jetzt direkt oben wieder entsorgen mehr oder weniger da ist eben nur noch ein einmal das ist sogar die falsche hier brauchen wir da ist nur noch einmal holz drin so die kümmer hier liegen lassen die andere bringen wir jetzt mal ganz produktiv wieder zum auto ist gut wenn man direkt ins auto ziehen kann nein nein du solltest hier nicht meine eigentlich wollte ich nur ins auto gucken ob da mein nachts sichtgerät drin ist da ist zumindest eins drin ob es jetzt meins aber ich glaube schon alter macht nicht sowas echt jetzt du solltest da hoch hüpfen so dann werden wir jetzt hier mal eben das teil der säbeln wir nehmen die ketten säge damit da wenigstens sechs bretter rauskommen und nicht nur vier wunderbar dann können wir nämlich jetzt halt ketten säge auskümmert als erstes mal und zweimal in die bündel kann ich denn ja so und das in die hände nehmen und wunderbar das heißt ich muss gleich noch mal gucken erst mal jetzt hier acht brauche ich das heißt wir müssen auf jeden fall noch ein paar mal laufen zerlegen ach so ja verlegen wir brauchen also da 68 insgesamt dreimal würde ich sagen noch also einmal und einmal das eine mal nehmen wir in die hände und das andere nehmen wir einfach mal so mit dann mache ich das mal hier unten drin kann ich die nämlich mal wollen lassen so erwornt ähm kittensäge so das ist in die falsche richtung glaube ich gelaufen dann erstellen einmal zweimal dreimal doch passt viermal genau so dann können wir nämlich jetzt gleich einfach mal das zeug hier rein das nehmen wir in die hände so legen das zerlegen wunderbar im übrigen ja ich bin davon ausgegangen oder ich habe gehofft gestern dass das gestern abend vielleicht das update 085 rauskommt was aber leider nicht der fall war nachdem das gestern schon getweetet haben ja ich freue mich auf jeden fall schon auf diese mega große stadt oder auf die große großstadt und hier auch immer auf die größere großstadt wie es gestern zu meinem boden und sohn sagte glaube ich oder bis zu der größeren größer nach keine ahnung das war auf jeden fall ziemlich widersprüchlich was ich da gestern erzählt habe aber okay die zweiteile könnten wir jetzt eigentlich kommen ich bin das noch mal wir hüpfen damit mal hoch und auszubauen juna schluss kommt da nicht dran wir könnten natürlich ich glaube ich fange jetzt erstmal hier aber eigentlich bin ich der meinung wir sollten das ding mal weg legen da rein weil sonst nutzt man nämlich die ganze zeit die sägert was eigentlich so nicht geplant war sowas blödes echt bitte so ich öffne mal wir haben da mal ein lassen wollen lassen wollen lassen drei stück rein ja oder hauen die nicht rein sondern das ist blöd so 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 wir müssten gleich eigentlich noch eine zweite kiste haben mit brettern ich hoffe es ach nicht brettern ähm baumständen das ist schon halt ich werde jetzt erstmal hier ne weil die backen schon wieder in die wände das ist nicht so gut ähm handwerk so jetzt machen wir mal das erste 2 und dann ja das sind auch drei das sind dann vier das heißt wir legen den baumstand gleich mal ein stück hier rüber so halt also so ach man hier macht doch das ding jetzt wieder an es ist echt ja jetzt wunderbar ähm so 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 es fehlt schon wieder ne 3 6 jetzt sind sie da gut wunderbar so einmal und und dann packen wir das mal da rein wenn ich das teil ins auto packen würde im übrigen obwohl ich könnte es ja auch darüber packen müssten wir sogar noch ein zweites reinkriegen oder ja und das sind die hände nehmen wunderbar so dann zerlegen wir das hier noch mal drei sind dann acht ich brauche auch noch hier zwei drei drei vier so aufrüsten acht mal brenner verlegen und dann 1 2 in die hände nehmen wir zerlegen mal und machen gleich dann direkt mal das macht sich dann zumindest mal dann sieht es wenigstens für euch ein bisschen besser aus aus dann gehen wir mal hier rein meine hause sieht mittlerweile echt verboten aus sehe ich gerade 1 2 3 wenn ich mir die so angucken mit den ganzen nähten flicken keine ahnung was wo ist der dritte stamm da so dann schauen wir mal und hauen den mal das hier erstmal zu denen hier ja genau diese ding ist es richtig 1 2 3 so wunderbar das in holzbrett dazu mal einmal man könnte das ding jetzt mal hier überlegen so einmal ja ich glaube ich mache erst mal hier einmal zweimal 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 so und das ist dann vier mal wunderbar die sommer darüber das haben wir darüber das haben wir dann nicht quatsch doch egal noch einmal zerlegen so wie ich mache es übrigens an die habe ich ja noch doch ich habe sogar noch einen kompletten dann sehe ich gerade ich bin doch banane das nervt jetzt gerade ziemlich dass der hat er wieder nicht an kriegt dann jetzt in holz brettet beinahe so 3 und nein 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 abbrechen der hat nämlich gerade nur zwei drin wo jetzt und drama baby drama 23 den machen wir das hierzu ziehen jetzt das teil mal mit hierhin weil ich glaube man nichts mehr hier brauchen wir noch drei erlegen dann haben wir jetzt die achter drin das heißt wir brauchen jetzt noch 12 dann müssen wir gleich noch von da drüben nehmen dann bau das hat man nämlich schon dies heißt wir können jetzt 1 weiter rausnehmen ach so ich sollte vielleicht doch erst auf ausdrücken aufrüsten gehen nicht ausrüsten so ihr 36 dann noch mal hier sie minuten alles fertig ich bin gut ich wusste gar nicht dass wir gestern das ist echt ist da noch aufgerüstet ist sehr schön das heißt wir haben ja nur noch fallen lassen fallen lassen das heißt wir bräuchten nur noch sechs bretter dann brauchen wir jetzt auf jeden fall noch einen baumstamm den kümmer jetzt nehmen den geben wir dann jetzt hier rein verlegen gehen und dann haben wir da eigentlich auch die wände fertig fallen lassen wusste gar nicht dass wir gestern schon so gut waren und hier draußen schon alles gemacht haben jetzt sieht gut aus es ist echt doch es ist super so in holzbretter zerteilen aber wir haben ja dann noch genug arbeit 1 und 2 ich habe echt nicht gedacht dass oder gewusst dass wir gestern siehst du das ist war sie nicht kurzzeit gedächtnis verloren oder so ich weiß nicht keine ahnung ich habe gedacht wir müssten jetzt da vorne auch noch mal um ich wollte wir waren nämlich eben echt an überlegen ob wir es hier hinten anfangen oder vorne aber ich glaube das hat sich ja gerade entledigt wenn wir nur noch das hier machen müssen hervorragend das heißt wir könnten jetzt eigentlich anfangen da hinten die baukiste weil wir müssen ja hier auch noch aufrüsten was hat er destroyed aus so die ja habe ich ja noch genug wir müssen leider doch noch ein bisschen was sägen gehen leider aber das ist ja doch eigentlich gar nicht so schlimm so dass da rein dass da rein dann machen wir erstmal zu dann hüpfen wir das da das da das geile ist ja was ich eben gesehen habe ich kann das ja jetzt direkt ins auto ziehen gleich so und da so na guck auto auto das ist schon wieder im auto drin dass ich da lass mich raten der baseballschläger in die hände nehmen das teil da rein dass da hochkrieg ist jetzt ins auto jawohl ja dann den baseballschläger da rein so dass dahin des zimmer runter wunderbar warte maria haben ich habe doch hier noch mitnehmen jetzt mal in die hände können wir nämlich direkt hier rein hauen als wir mal vergessen die tür hier zuzumachen wieso und so wunderbar langsam fahren will nicht schon wieder irgendwie hier das auto versenken ich weiß ihr müsst euch das jetzt noch 100 mal anhören also schon wieder mit der ketten säge los hallo warum liegt der in der box jetzt habe ich nicht darauf geachtet wie voll die ketten säge ist ich habe gerade geguckt wo mein großer hund ist und der liegt eigentlich in der box von der kleinen hündin aber ich finde das gerade echt faszinierend 29 prozent ok sollte eigentlich noch reichen so dann machen wir mal zu nehmen erstmal die erste kiste raus auch noch mal alles hier rein da sind sogar noch drei so sonst noch irgendwelche stämme hier nähe sie nicht so aus gut dann das wieder rein einsteigen nächsten baum so 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 noch mal 6 7 8 ok also so 1 2 2 4 7 8 ja ein bisschen passt noch aber wir haben noch zwei weitere kisten von da her halt wieso liegt hier noch ernsthaft jetzt aber wir packen das ja mal da drauf wenn man den erst mal ein bisschen zum nächsten stop zwischen speichern ganz ehrlich die müssen wir auf jeden fall mal gucken hier hinaus den können wir das mal rauspacken ach quatsch dann nehmen wir die erdorsten ist die wollte ich eben eigentlich auch in die verkaufskiste gepackt haben oder was heißt gestern eigentlich schon habe ich total vergessen da passen wir noch vier rein aber es ist egal weil wir haben wir noch ein paar kisten bei ja dadurch dass das halt macht bin ich halt nur am bauen sobald es dann wieder in den tag geht aber noch ein bisschen so baum fällen wir gucken jetzt noch mal ich hoffe wir haben überhaupt den haben wir glaube ich nicht bei aber egal wir haben ja so noch genug sprit dabei meine einheit abzuzapfen ist ja nicht so die welt dann so dann schauen wir mal hier 1 1 2 3 und 4 so packen hier rein wieder so 24 ist hier rüber da sehe ich gerade sollten wir vielleicht unten in die ecke so So, dann packen wir die hier hin. Eins, zwei, okay, warte, würde ich sagen. Dann nehmen wir noch den da mit. Ich würde das packen am Halt. Dies passt nicht, oder was? Ich hielt die. Achso, doch, warte, ich muss das nur kurz... Ja, glaube ich, packen, ne, dann müsste das doch... Ja, passt wegen der Waffe nicht. Scheißendreck. Warte. Obwohl doch, dann muss ich das doch anders machen. Warte, wir packen das da hin, das packen wir da hin. Wenn wir das nämlich dann hochziehen, dann sollte das auch passen. So, guck, passt. Zumindest einmal, jawohl. Aber einmal reicht ja auch eigentlich für einen Anfang. So, wo ist eigentlich da hinten? Ja, und das Problem ist ja auch, wir brauchen ganz viel... Eigentlich brauchen wir nachher die ganzen braunen, frohen, gedöhnen, so Dinger. Aber ich kriege ja nicht noch eine Kiste mit, fällt mir ja gerade so auf. Obwohl es würde vielleicht noch eine mitpassen, wenn ich den ganzen Schrott hier rauspacke. Vielleicht müssten wir nachher auf jeden Fall mal gucken, weil wenn ich noch eine vierte mitkriegen würde, Ja, würde ich sagen, könnte man sogar die ganzen Baumkronen mitnehmen. Ja. Weil die brauchen wir nachher auf jeden Fall für die ganzen... Ähm... Ah, sag schnell, für die ganzen... Ähm, 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 ähm... ... Sound-Elemente oh 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 yeah ja 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 und nur noch nein ganz ehrlich dann nehmen wir lieber den hier mit ich würde sagen dann fahre ich lieber jetzt noch ein oder zwei von denen baum stemmen baum essen nach was wir essen die dinge denn ins baum kronen holen vorwärts noch ein baum umsäbeln der dann nur ein bisschen was fräulein schluss jetzt juna und dreht hier gerade voll am rad ist ja das toll haben wir dann jetzt hier hoch so dann fahren wir jetzt erst mal zurück nein wir fahren nicht zurück wir steigen noch mal aus und machen jetzt das nachts sichtgerät wieder um leuchten ich hoffe ich habe batterien dabei doch da ist noch ein bisschen was wunderbar aufladen mit smartphone wunderbar passt doch weiter langsam erst mal hier so hinstellen ist platz da habe ich übrigens noch ein brett drin warum auch immer das hier rein dass da nein auch nicht 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 alle und oben ist noch ein 20 ich weiß nicht ich habe keine ahnung wenn man da genau hier ist übrigens das volle weiß nicht was hatte ich hier drin rotchrom oder sowas irgendwas hatte ich da auf jeden fall drin so dann habe ich das mal da hoch dass das halt das könnte natürlich auch noch mal dahin es ist doch wieder so passt nicht wunderbar so der dies auch zu groß wird können dahin jetzt passt da das passt da das passt dann da das passt schön daran das kommt dahin ja es ist halt alles wie sonn hier mit den größen dass das mal groß mal klein im baust am besten tetris oder so so geht haut hin sehr schön detaillist wir könnten jetzt gucken dass wir das da reinhauen das teil raus da rein und da rein wobei ich gerade auch noch dran denke sollte das vielleicht hier unten mal reinpacken so wieso und so weil ich habe nämlich gerade noch eine ganz andere idee ich habe das jetzt mal komplett da rein so warte jetzt kacke drei vier fünf keine ahnung ich habe jetzt fünf mal das darüber dass dann dahin das dahin das dahin so 1 2 keine ahnung 3 so keine ahnung auto ich packe mal kurz das rüber dann packe ich das da rein dann laden wir mal die hier auf das kann wieder darüber bis kann dahin da war da mal jetzt kurz hier brainstormen so war das dann das da das da dies kann übrigens den garten dann nehmen wir die munition macht damit hin dass darüber dass darüber dass da hin dass da hin so apfel darunter wollte ich gerade sagen dass der pack nochmal so 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 möchte ja jetzt nur mal gucken stimmt den wollte ich rüber bringen das hier da hätten wir jetzt aber gar keine oder keine aber nicht das heißt ich müsste dann eventuell noch 12 erdet ist blöd 123 leer die zwei kommen ins auto weil wir haben ja auch waffe im auto dann sollte man natürlich auch munition dabei haben so eine vss ohne munition bringt nichts viel so die hier können wir wieder hier runter packen das ding packe ich jetzt erstmal in den garten so 1 2 ja doch ich kann es ja mal ausprobieren drei und vier fasten bombe dicke rein dann haben wir die garten wieder raus war doch dort naja garten ist da wunderbar die packen wir dann erstmal hier wieder hin das hier können wir übrigens auch wieder ins auto packen so sieben schrott waren es zumindest das weiß ich noch dass da warte mal ich muss jetzt direkt nochmal schauen dann bauen wir nämlich direkt noch eine kiste quatsch da herstellen so ich brauche angeblich sieben schrott vier nägel vier nägel vier nägel vier nägel und 17 links das quatsch garten und das kann raus vier nägel so und das teil hier jetzt wollte nur noch sieben schrott das wieder rüber das wieder rein und das wieder rein da hätte ich übrigens auch noch nails gehabt ich da naja egal was passt 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 darüber ähm ich könnte übrigens das teil hier nochmal schnell ins auto legen müsste ja gerade noch passen oder oder den jetzt acht ins auto und nicht da er passt dann ziehen wir nämlich den hier mal schnell an können wir die nämlich rüber bringen aber dafür muss ich ja jetzt noch einmal wieder komplett außen rum laufen damit das gar nicht gegen das auto kloppt und sogleich so war das dann ich glaube es war hier oder ich brauche das ist das war nicht hier ich glaube es war hier nirgendwo weil ich bin eine etage zu hoch schütte wir müssen dann erst hier runter so hier lang da lang raus das ist echt anstrengend wenn man sich einer eigenen base verläuft die kann echt anstrengend werden so so ja mein sohn hat auch schon umgold warum sein auto hier drin steht was erstens gar nicht sein auto ist aber aber okay so sowohl sein auto habe ich ja letztens im see versenkt so ja mein schöner garten hin habe ich ja leider wie gesagt abgerissen weil irgendwie ja ich der meinung war man könnte das ding aufs dach von einem haus stellen ich bin leider eines besseren belehrt worden und dem ist nämlich nicht so aber ja ernsthaft ne ne waumann verliebest du denn nicht er das läuft war natürlich nicht nur drüben um ich war ja naja dazu doch ich war ja natürlich nicht nur drüben um die fallschirme wegzubringen ich wollte ja eigentlich auch schrott holen und lasst den schrott liegen dieses clever geht passiert auch nur mir so sammeln sammeln ist blöd schrott was da wollte ich habe übrigens noch ein bären im bot liegen 18 9 1 2 3 4 5 6 7 so gott 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 wo wollte ich denn jetzt hin eigentlich ja ja da hinten wollte ich die kiste genau alles gut ich weiß jetzt was ich wollte ja piste fertig bauen jetzt muss ich noch mal gucken da steht erste dran wenn der erste dran steht dann schreiben wir da erste drauf so ja so die erste ganz unten da müssen wir auf jeden fall nachher mit dran denken dass wir die dann auf jeden fall auch mitnehmen so jetzt die bau wieder die da müssen wir sie jetzt wieder mit hochnehmen einmal zweimal jetzt muss ich nur noch gucken dass ich die bau irgendwie wo habe ich die denn schon wieder so warum passt die bau jetzt nicht da jetzt gut auch auch dann einmal zweimal dreimal 1 2 3 9 9 der tote 1 2 3 4 ja ja ich schreibe mir da meine sachen schon draus zurecht das kann ich mittlerweile ich hatte doch gerade vier wo ist denn mein vierter baum stamm war nicht immer aber so manchmal kriege ich das hin bei den hiero blüfen die meine kinder manchmal schreiben irgendwie keine ahnung ach so genau sägen wollte ich ernsthaft das heißt ich habe schon wieder die falsche richtung gelegt doch bitte nicht einmal einmal dreimal dann hoffen wir dass es jetzt die richtige richtung ist der will wieder nicht weil wegen hätte leer ist läuft dreimal es fehlt hier irgendwo da ist er doch ich würde sagen einer fehlt obwohl es fehlen eigentlich 212 alt hat er denn jetzt schon wieder gemacht so weil das ist ja der eine mit dabei den ich im rucksack hatte das heißt es fehlt definitiv nämlich noch ein brett genau das und dann bauen wir das schon mal da ein so wir könnten eigentlich das ist die falsche truhe das ist auch die falsche tun welche truhe habe ich denn dafür benutzt die bau ja dann könnten wir das doch eigentlich was ich hole mir die bautruhe mal hier rein da haben wir jetzt einfach mal so komplett sinnlos befreit bretter auch wenn doch hier mal ach nee moment halt dies doch gerade ausgegangen das war doch glaube ich das problem das heißt die wäre natürlich leer und wir müssten müssten ja dies leer das war mein problem so wir packen dann mal kurz ein dann packen wir hier unten wieder rein es war nämlich das problem ich wollte sagen irgendwie ja manchmal kommt man auf die leichtesten sachen nicht auch man noch mal rücken nehmen wieder in die hand nehmen vielleicht haben jetzt das benzin ein bisschen besser verteilt ich kann diese kack säge nicht werfen mensch ich sehe nur die ditler schon wieder falsch rum hier sind irgendwie nur 134 ich sehe schon kommen dass noch mal sechs irgendwie wieder draußen am dach liegt oder so oder nähe gott sei dank hier sechs hier sehe ich auch nur 56 gott sei dank auch draußen das ist echt manchmal nervig 3 hier in bau wollte ich die pappen weiter willst du mich jetzt hier so handwerke 123 123 23 3 und hier hervorragend so dann jetzt wieder auch man macht doch hier bitte so in holzbretter zerteilen irgendwie so ich habe ein seiner hand ja okay deshalb wieder 1 und 4 den einen können übrigens direkt hier rein schmeißen der rest geht jetzt erst mal in dann wieder sägen hier obwohl ich würde jetzt gern mal was ausprobieren wenn ich ein hier hin lege und den anderen dort hin lege funktioniert doch eigentlich ganz gut das problem ist nur immer ach ja super der misst hier echt warum muss der die immer raushauen das ist doch ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht wirklich aber okay 3 0 jetzt müsste ja irgendwo habe ich es denn jetzt da das geht nämlich nicht so 23 ja doch jetzt sind wieder dritter ich höre es danach erst mal auf hier dann gehen wir jetzt erst mal wieder an zu bauen ernsthaft dann nehmen wir das halt in die hand und so dann würde ich jetzt sagen machen wir jetzt erst mal hier fertig zerlegen hier 7 7 8 8 so dann noch mal einlassen wollen lassen verlegen belegen drei 6 und jetzt haben wir gleich die 8 so wunderbar muss es ja irgendwo so dass in die hand und dann würde ich direkt sagen zerlegen eben soll ich würde sagen den 1 zerlegen wir mal hier in der hoffnung so 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 hier so das heißt wir brauchen jetzt ausbauen noch wollen lassen die 6 hier dann noch fertig zerlegen und noch mal die drei hier zerlegen aufrüsten hier Alrighty, hier. Ich umите, rot. Hier. Oh. das hätte es gereicht wir brauchen noch ein paar bisschen was sieben stück das heißt ich bräuchte noch zwei davon einmal und einmal so das toll dann jetzt auch dahin legen wunderbar dann haben wir glaube ich die etage jetzt gleich auch schon mal fertig so So Okay, das ist gut. da und noch einmal dann haben wir glaube ich sogar die zweite etage jetzt endlich fertig er vorlagend so dann hier ein damit und die auch hier rein also jetzt muss ich erst mal gucken ja ich glaube das sieht gut aus das heißt wir müssen jetzt noch die zwei etagen hier aufwerten und dann noch ein bisschen was aufwerten aber allein hier hast du wieder geschafft ja hat die nicht wieder raus gelassen so kannst du auch nicht pennen das ist schon klar jetzt muss ich hier gucken warte mal kurz dass das eine ist doch lernen glaube ich jetzt komplett leer ja auch kann und glück dein auto so und so so haben wir jetzt vielleicht mal an weil ich habe panik dass wir irgendwann hier der boden weg bricht wenn wir da oben weiter bauen einfach mal den boden die pflicht aufzurüsten oder auch brüsten Okay. dann hier darüber das haben wir schon mal hier in die nähe weil es auch nicht mehr so drei mal wo ist die kiste der zeugte mir die kiste an das noch wohl einmal kiste einmal kiste einmal der segen dann schauen wir jetzt hier war nur noch eins nach hier fehlt da noch ein baumstamm okay was fehlt denn da jetzt nicht funktioniert aber es war nur der baumstamm so die dinge jetzt einfach hier rein weil das ist einfacher wenn man die aufrüsten auf den fräulein fallen lassen bei 6 3 hier ein dem jetzt zerlegen erst mal türe lesen so geht er auch nicht muss darum also 1 2 3 1 2 3 und den einen für die 6 wunderbar so dann drehen wir das teil jetzt mal in die richtige richtung online klappe jetzt die hündin dreht hier gerade bei jedem scheiß was der große macht am rad weil sie irgendwie das haben will was er gerade hat also im moment ist das sich hören poppers nein es fehlt wo ist denn jetzt ernsthaft ich bin sehr durstig ja super kann das sein dass das brett da draußen liegt auf dem boden und was ist das nein keine ahnung irgendwas liegt auf jeden fall glaube ich da draußen auf dem boden oder solche hat kein blassen schon mal holt man ja nicht so ich gucke jetzt noch mal kurz dort haben man denn jetzt hier wir hätten nur noch drei das haut nicht hin zu machen hier rüber hauen das teil dahin das teil dahin das teil dahin dann nehmen wir das teil mit raus zu zu machen ist und das war genau ein und das gleiche das läuft ist er raus kiste raus er bringt eh nichts zwei kisten leer also im moment hat man echt glück nein ich muss jetzt echt einmal ganz außen rum dann hier hoch wenn er dann nicht dran vorbei laufen würde hier hoch dann da ich habe aber der nicht alles hat er hat doch eben erst guter trinken alles gekriegt kommen wir essen noch mal hier komische schimmlige käse gedönse dann gerne hier so leckeren schneeball essen kann man denn sonst noch zu essen kommen dann nehmen wir das dann mal mit dann kriegst noch ein äppelchen essen mehr habe ich gerade gar nicht hier fällt man doch hier guck mal erbsen habe ich noch die kannst du gleich auch essen aber erst gleich weil wir müssen jetzt erst mal hier erst mal müssen wir auto auf auf mit links auf ausfahren aber zu dann hinein hinein müssten es vier kisten seine 1 2 3 hier ja wohl dann ist ja nur für die ja genau so im übrigen moment mir fällt gerade auf meine batterie ist schon wieder voll ich muss jetzt mal bitte gucken so da ist mein wagenheber wunderbar den packen wir natürlich jetzt mal am wort vorher am warzeug am fahrzeug auto batterie entfernen das ist sehr schön dann haben wir mit der so da haben wir noch ein 60er gut ach so ich wollte gerade sagen service bänden müsste ich machen so dann packen wir jetzt das ding wieder da rein jetzt habe ich auf jeden fall neues ding für die handyakkus die dann jetzt wieder gefüllt werden können ja wenn ich beim auto halt die batterien voll gefahren habe durch die immer gegen etwas leere raus will er mich jetzt verarschen hat immer noch hunger oder was in die hände nehmen jetzt sagt mir nicht der kann die nicht öffnen auch man aber wenn ich muss erst mal hier übrigens das zeug reparieren fällt mir gerade auf sonst haben wir ja nachher wieder nur noch kaputte sachen ich meine es so also unsere hose ist ja sowas von der loben aber ich überhaupt noch genug reparaturzeug reparaturzeug ne zeug meine ich eigentlich irgendwo habe ich auf jeden fall noch was ich glaube der nimmt das jetzt hier oder ne da habe ich auch noch welche so gut reparieren reparieren und hier nochmal reparieren sehr schön ach so übrigens kann das ding doch auch wieder ins auto ja so habe ich jetzt eigentlich mal genug zu futtern oder käseapfel weißt du was ich es mir hier noch essen hier habe ich schon so lange drin die komischen salzigen kartoffelchips wenn man jetzt auch mal essen so stoffwechsel chips dafür dass das jetzt funktioniert aber ich glaube ihr habt gesehen ich müsste mir mal so ein büschlein suchen so auch nein nicht gucken so wir gucken nicht zu er hört sich schlimmer an wie ich auf toilette das ist echt der hammer so obwohl trinken wollte der ja glaube ich auch noch das heißt auch so ich sollte vielleicht erst mal fertig werden hier wieso für dich ja lecker noch mal ablutschen das teil dahin das teil dahin das hier dann trinken wir noch mal so und dann fangen wir jetzt mal an die säge zu schwingen einmal einmal als erstes hier unten das teil hier unten rein dann fangen wir mit dem hier an so ob ich denn die anderen macht so hier wunderbar das ist schade schon weg alles im übrigen fällt mir gerade auf wir haben gar nicht geguckt wo wir kaka gemacht haben was gar nicht was hier was der buch vielleicht haben wir irgendwas fallen lassen gerade ich weiß nicht mehr wo es war hätten wir vorher mal gucken sollen vielleicht haben wir irgendwas ausgeschüßert so nummer eins sehr schön nummer drei ich sehe hier gar nichts nummer drei und nummer vier nehmen wir noch mit drei und nummer hier und dann würde ich sagen holen wir das auto oder so so ja so dann hauen wir jetzt das teil mal hier raus so 1 so 3 die anderen habe ich den darin gepackt ganz ehrlich irgendwie okay ich weiß noch nicht müssen wir jetzt mal das toll dahin das toll dahin dass da rein so sehr schön der war jetzt auch voll dann das teil hier 1 2 3 4 5 gehen hier rüber 6 7 1 2 3 4 5 6 7 es ist jetzt ja 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 ich weiß gar nicht jetzt muss ich gerade echt mal gucken ist das gut wir hätten danach auf jeden fall noch das heißt wir können jetzt noch ein paar bäume fällen fahren wenn ich denn hier was sehe ich weiß noch nicht wo ich hinfahren soll das ist mein problem die bäume hier finde ich auch blöd immer hier sind direkt 35 11 in der nähe nehmen erst mal die zwei würde ich sagen nun steigt doch aus man hier macht doch mal bitte 4 aus aus auto wir gehen jetzt erstmal hier genau noch zwei stück rein machen und zweiten danke scheiße das passt jetzt wegen den blöden brettern nicht oder was wartet kurz dann lassen wir die mal fallen also komischerweise das lied was gerade läuft ist trotz dass es eigentlich an uns kann die das finde ich das mittlerweile echt ziemlich gut es ist eigentlich auch nur instrumental aber trotzdem der hammer 3 dann haben wir das jetzt hier ein jetzt müsste das doch hoffentlich dann passen oder ja wunderbar dann holen wir jetzt das teil nach dem moment eigentlich egal wir nehmen jetzt erstmal den hier und jetzt erstmal das ganze zeug da rein dann zurück damit da rein dann hätte ich nämlich ganz gerne erstmal den hier unten sonst vergesse ich dir nachher hallo du sollst aus da bis denn jetzt da ihr dann gehen wir jetzt erstmal da die äste holen dabei ist eigentlich eine krone oder sonst die kronen aber er dann waren wir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 könnten vielleicht so einen kleinen baum nach vorne noch um hauen oder aber wir könnten ja notfalls auch was in die kronen mit reinpacken ich weiß gar nicht was bauen wir eigentlich geradeaus ich glaube der fußboden war es so ich glaube das ist wirklich sogar leicht gerade hier das teil raus das teil erstmal rein dann hauen wir das ding hier zurück hin so war da wir kriegen das dann noch ein das kriegen nämlich schon nicht mehr rein das heißt die vier das heißt drei stück müssen wir gleich noch in das andere teil rein hämmern 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 warte mal warte 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 ich will was ausprobieren 1 2 3 ah fallen lassen so warte ich glaube zwar nicht dass wir die rein kriegen obwohl 2 vielleicht mal 1 2 das passt sogar ist es echt geil irgendwie wenn wir jetzt das teil so wir packen dass dann ja das brauche ich ja gleich aber egal ich habe jetzt einfach mal das zeug hier rüber weil dann müsste das hier glaube ich auch noch reinpassen hervorragend besser geht es doch gar nicht mehr a3 a3 ach da hinten nee ich bin im falschen sektor schon wieder am überlegen gewesen so eigentlich wo kann sagen sollte es doch eigentlich gleich mal hell werden oder aber irgendwie geht es noch nicht danach aus ich fasse es nicht was ist nicht da ist das geil weil ich habe mal ja super genau jetzt muss das natürlich passieren blödes mist viel jetzt kann es doch nicht sein das ist so viel pech kann man nicht haben ich steige aus nachtsicht gerät geht aus zombie kommt auf mich zugelaufen und bevor ich schießen konnte haut er mir auf die fresse das ist das ist echt so ein scheiß mein erster zombie in der safe zone wir können hier sehen nein quatsch aber meinen ersten zombie den ich hier wirklich gesehen habe in der safe zone seitdem wir hier sind es ist ja mal echt der hammer es ist es gibt hier zum bis ganz gar nicht glauben so lassen wir gucken ich wollte eigentlich jetzt hier mal kurz stoffwechsel ich habe keinen ich habe immer noch keinen wir gehen wir gehen mal also ich meine hier wasser trinken erstmal können wir natürlich prüfen 100 prozent full und trinken also so ich sage ja und vor allen dingen ich muss auch mal langsam nicht nur gucken dass wir die base jetzt aber es sieht schon geil aus irgendwie so ein komplett holz ist zwar nicht wirklich sicher bei rate wenn man draußen steht also es ist draußen steht nicht in der pvp in der pvp zone baut sondern in der pvp zone so aber es sieht schon irgendwie trotzdem geil aus ja die zwei taschen darüber müssen wir noch ein bisschen upgraden dann ich lasse das auto draußen stehen weil ich brauche jetzt hier das zeug hier unten und ja ja hallo brille stehe hervorragend hinaus wir öffnen mal die türe dann öffnen wir mal hier fallen lassen wunderbar wenn jetzt alle da reinfallen ist wäre das schön fallen lassen und fallen lassen ich meine wäre auch nicht schlimm wenn nicht weil es ist ja eh nur baumaterial von daher ernsthaft jetzt hier so wäre es eigentlich auch nicht schlimm wenn nicht so dann kommen wir mal rein spaziert hier in meine gute stube 12 halt nein so war das nicht gewollt er gemeint auch man ja wunderbar dann können wir hier eigentlich direkt auf rüsten wunderbar ich brauche noch zwei mal zwei baum stimme bitte 1 2 wunderbar jetzt muss ich nur gucken ja im prinzip können wir eigentlich den boden hier auch gerade ausbauen wenn ich ehrlich bin ja wunderbar ich würde sagen die anderen zwei teile sind darüber gerutscht gehe ich jetzt mal von aus so so werde ich tür zu aufrüsten da war der öffnen 1 2 3 wenn ich die anderen zwei bretter noch finden würde nach guckst du 12 ach warum nimmt der nicht direkt ins inventar das wäre doch viel einfacher und wunderbar wunderbar und so und 1 2 3 23 313 nach drei so aufrüsten und das ding hier auch aufrüsten so sehr schön jetzt bräuchten wir nur noch gar nicht mal besser hier drin da muss ich übrigens gleich auch noch die zwei teile auf lustern werten meine ich natürlich so 1 öffnen nicht öffnen starten so ja super fällt genau in die falsche richtung aber okay so erstellen noch mal herstellen in die hand nehmen wunderbar wenn wir jetzt hier zerlegen dann haben wir direkt die nächste tür für dich ich glaube so hell wie das gerade auch mit dem macht nicht wird es wird langsam hell ja für mich wäre es schon angenehm hell aber ich glaube ich sehe gerade so auf meinem anderen monitor es ist nicht wirklich so toll und wahrscheinlich gerade für euch 12 das heißt ich brauche jetzt hier 6 6 voller entschluss jetzt um den einen den ich lasse es belegen muss so wasser mal voller ein jonas schlotz jetzt legen also die dreht gerade hier voll auf und am rad geht geht gar nicht vor allein körperchen legen es ist echt gerade dieser hund meint echte hätte die weltherrschaft dankeschön warum hängt jetzt dieses blöde brett in dem boden das ist gerade echt zum coachen wir kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr raus wir können es zwar mal versuchen moment nach ich lasse jetzt einmal mal auf hier haben wir zu wir sind anscheinend hier drin warte man da vielleicht nicht nicht super zerstören will ich es nicht ich will noch nicht das ist jetzt so verpackt da kacke halt nicht hin ja manchmal ist es halt echt ein bisschen blöd noch geregelt wir hatten glaube ich hier aber irgendwo doch noch ein brett glaube ich übrig na sollte man das auf jeden fall nehmen wir haben sogar mehr übrig lassen verlegen so 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 mag doch das ding ja nicht so 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 da so 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 passt nicht, ne? Ne, passt nicht. Oh, das. Das. Dies und dies. So. Aha, aufrüsten. Aufrüsten. Wir brauchen jetzt hier... Na, so. Eins, zwei, drei. Na. Eins, zwei. Ich baue jetzt eigentlich wieder rauspacken. So. Wiederlegen. So. 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 Und jetzt 2 3 3 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 So Das heißt wir brauchen jetzt 369 1 mal 2 mal So die gehen wir dann da drinnen noch mal zerlegen Ähm Quatsch Das Teil dahin So Dann hauen wir das eine Hier hin Das andere hauen wir Hier daneben So Dann können wir die nämlich jetzt auch noch mal zerlegen Dann haben wir zumindest mal Ähm Ja schon mal zwei Dinger fertig Nun Oh Wenn wir den jetzt auch mal die blöde Säge anhauen Würde hier Ja wunderbar Ähm Da Das Was wir auf jeden Fall machen müssen Das vielleicht wieder Blöde Zeug der zerkleinern Damit wir Ein paar Bretter mehr kriegen Die scheiße brick So fangen wir mal wieder an Also 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 5 6 Geht rein Geht rein So 3 Fertig So 1 2 Könnte man mal hier rüber packen 3 Und da ist die 4 Hervorragend So Zerlegen Zerlegen Oh ich sehe gerade Ich habe gar keine Jetzt weiß ich was mir fehlt Warte mal Ähm So Komm wir hüpfen einfach mal Ich hoffe Das ist jetzt nicht so Schlimm wenn wir da rüber hüpfen Wunderbar Ähm So Ähm 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 dann nehmen wir mal mit ihr und drei und würdig dann haben wir gleich auf jeden fall mal wieder drei stein messer erstellen und aber die sollten dann vielleicht auch erstmal kurz reichen wenn das für den unteren boden hier so hier müssen wir gleich auch noch irgendwie oder nein da so jetzt weiß ich auch warum das nicht wirklich ich habe mich gerade gewundert warum wir hier was da fehlte bis ich dann gesehen hat wir haben nichts mehr zum zerlegen gab also kein messer achst oder sonst irgendwas zerlegen ich jetzt nur noch 123 auch prüsten okay dafür dass das nur so kleines brauchst trotzdem irgendwie trotzdem drei bretter dann finde ich schon ja ich weiß nicht aber lass mal gucken das liegt doch da gut naja ich zerlegt jetzt einfach mal so allein schluss jetzt mal muss juna schluss er gerade ist jetzt mal echt nehmen nicht zerstören ich will gerne guck mal hier sind sogar alle drei das ist hervorragend dann können wir jetzt hier zumindest mal aufrüsten das direkt wieder zerlegen so jetzt wollen nur noch drei baum stemmen die kriegen wir ja auch gleich so die innenwände muss ich irgendwann mal so 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 oh Aufrüsten, 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 oh gut, drei, jetzt muss ich gleich noch mal kurz gucken. Aufrüsten, da war alle drei, sechs, neun, zwölf, 15, eins, zwei, drei, vier, raus hier, vier, fünf, sechs, sieben, acht und fünf, drei, sechs, neun, es sind leider nur noch neun, dann, das ist schade. Hallo, Moment, drei, ich habe keine Ahnung, Moment. Wunderbar, so, dann gehen wir jetzt mal kurz da rein, verlegen noch die, kommst du jetzt mal hier hin, danke, so, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, oh, jetzt lässt er die auch nur noch da hinfallen, schmeißt die doch einfach mal da rein, alter, so. 1, 2, 3, ich kann jetzt nur hoffen, dass er die nicht in die falsche Richtung sägt. Ich hoffe, die fallen nach vorne, natürlich nicht scheißendreck, alter. 1, 2, 3, ich kriege das irgendwie nie hingeschissen hier, das ist Wahnsinn. So, dann fangen wir mal an. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und viermal, das sind dann schon mal zwei Stämme gewesen. 1, 2, 3, das andere kriegen wir übrigens, war mal schnell hin, empfehlen trotzdem noch zwei Bretter, Obwohl, ne, da hinten sehe ich gerade noch zwei Bretter. So, wo hat er denn dann das dritte Bretter irgendwo gelegt, dachte ich, hier ist doch, guck, passt. Äh, oder auch nicht so. Jetzt sollte es ja noch, ne, ja, erstellen. Das noch in die Hand. Dann zerlegen. So, fertig. Ähm, zerlegen. Fertig. Und jetzt nochmal zerlegen. Fertig. 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 Dann. Kürzlich verkünden. Die erste paar Etage ist komplett ausgebaut mit Seitenwänden und Boden. Äh, leider nicht. Der ganze Raum hier ist ja noch gar nicht ausgerachen. Scheiße. Gut. Ähm, ja. Also ich dazu sagen, ne, echt, das ist jetzt, ich habe keine Ahnung, das ist kacke. Das ist echt kacke. Mann, Mann, Mann. Ja, Mann, 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 Mann. Genau. Fräulein. Schluss jetzt. Du bist tot müde, ich weiß. So, so. Wir hätten im übrigen hier noch zwei Baumstämme. allein klappe das kann ich brauche hier doch hier brauchen wir auch hier sind immer mit hier so können wir ja gerade mal hier obwohl das sind nur 6 12 und keine ahnung habe ich denn jetzt wieder genau verlegen obwohl da haben wir schon ein paar stücke drin wir brauchen ja eigentlich noch viele bretter die wir auch nicht haben höchstens 12 und der will 28 auch man auch jetzt mal die kettensäge mit haben ich möchte nämlich jetzt auch gleich mal noch ein bisschen durch die jegend zu jückeln hier so lasst mich warten die kettensäge ist leer fällt mir gerade auf weil der hat ja während des sägens abgebrochen was kann ja eigentlich nur bedeuten dass die kettensäge leer ist ist leer dann gehen wir jetzt mal kurz auffüllen hier raushauen treibstoff einfüllen so Okay, schon. werde ich die jetzt noch mal voll machen und dann würde ich sagen die kisten alle voll haben machen wir mal die luken so nun mach doch hin hier können das dinge nicht mal hier irgendwie ja die ist fertig die ist müde die will eigentlich soll die sollte die fraulein also ich fange jetzt erstmal mit dem hier wieder an wie immer einmal einmal was kann die flammer denn da schon drin auch das dauert kann noch ein paar bäumchen hätten wir noch ja aber ich ziehe es trotzdem noch mal hier komplett runter weil sich nämlich das stunden die äste drin sind so mann hier so nein würde sagen ich weiß gar nicht wir hatten die doch ich weiß gar nicht ob wir die jetzt alle hier schon gesäbelt hatten aber kommt da so ein bisschen merkwürdig vor ich war der meinung hätten die bäume hier schon umgelegt und die kommen eigentlich alle erst nach einem server neustart dann natürlich sein ja ich sage das sind das sieht hier vieles manchmal echt gleich aus wo ist er denn bräuchte einmal die erste bitte die hände nehmen das teil hier genau noch zwei in die höhe 1 irgendwas haupt doch hier schon wieder nicht hin und bin ich denn jetzt blöde oder was so so ok dann machen wir das halt so es war schon ein bisschen merkwürdig das war jetzt ich weiß nicht was das jetzt wollen jetzt muss ich nochmal doch jetzt funktioniert das aber wieso hat das denn dahin gehauen ich habe keine ahnung ich weiß noch nicht warum ich anscheinend eben nicht tief genug ist kreuz hatte dann ist jetzt die mitte dran so es ist schon ein bisschen merkwürdig muss ich ja gerade mal zu geben nicht mehr ich habe jetzt habe ich ich habe ich 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 warum macht er nicht einfach mal die blöde motorsäge jedes mal beim ersten mal haben jetzt schon so oft benutzt der müsste mittlerweile so intelligent seine motor wegen benutzen dass er die eigentlich sogar mit verbundenen augen und was weiß ich nicht alles repariert kriegen würde auseinandergebaut würden kriege bekriegen würde und zusammengebaut und überhaupt aber irgendwie macht er mir gerade hier echt ewig kopfschmerzen mit seinem motorsägen anziehe gedöhnen soll ich würde es ja verstehen wenn er das erste mal die motorsäge anschmeißt oder so da habe ich mich ehrlich gesagt auch blöd angestellt auch bei der feuerwehr damals aber mittlerweile ich habe die schon ein paar mal benutzt und also mittlerweile weiß ich sogar wie man das macht deshalb stehe ich ihr halt nicht irgendwie wieder voll das ist sehr schön so einmal bitte ist würde äste rausschmeißen so warum was nicht viel kriegen wahrscheinlich da gleich nicht mehr rein wie weit sind wir hier doch da passen noch ein paar das ist sehr schön so und jetzt noch einmal zweimal einmal sorry dafür ich habe gerade schon wieder gesehen hat mikro nicht gemutet es ist diesem habe ich sogar noch vorzeitig auf den mikro-mute knopf gedrückt aber irgendwie alles gut ich sterbe nicht ich habe nur genießt genossen keine ahnung hat sie gemacht so ich glaube hier könnten wir sogar wirklich noch ein oder zwei bäume hinlegen also rein reinlegen wir nicht und es sieht nicht so aus als wenn wir irgendwas vergessen hätten dann nehmen wir jetzt als allererstes mal den hier dankeschön als zweites nehmen wir den da hinten als das dann noch nicht reicht ja im moment irgendwie funktioniert mein stream deck nicht richtig weil eigentlich sollte das muten macht es aber nicht so so dieses teil wo habe ich jetzt die baumkrone die äste die was auch immer wo ist denn das jetzt hier habe ich sie kommen ich nehme sie in die hände weil irgendwie kriege ich das ja eh wieder nicht hin so das teil darüber da was war das jetzt so gott so an die ich hoffe das ding war jetzt auch wirklich da drin ja passt noch wunderbar 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 guck da kriege ich sogar noch einen kompletten baum eingelegt gut dann fahren wir den nächsten noch umfahren umfahren umlegen so rein dahintönen so hier ist ich gucke jetzt noch mal nach sparit 80 prozent 80 prozent sollte der eigentlich da geht doch was haben wir denn jetzt wir haben es schon 12 uhr dies ist hervorragend aber eigentlich auch blöd weil irgendwie weil irgendwie dies ist fortsetzen ich liebe mein rechner echt es ist er zeigt mir gerade definitiv an wir haben es 9 uhr das ist voll super so jetzt vielleicht hier mal vielleicht haben wir jetzt das glück dass endlich mal der server wieder da ist ich hoffe ich hoffe ich hoffe oder auch nicht weiter geht's ich wollte gerade sagen jetzt sollte der server aber eigentlich wieder da sein hervorragend er hätte der den mal früher eben die scheiß kettensäge angemacht und den baum hier umgelegt hätten wir ihn nachher noch mal legen können aber okay dafür sind jetzt alle anderen bäume wieder da das heißt wir hätten auf jeden fall so für den fall der fälle noch ganz viele macht doch mal hier obwohl wir können die kümmer schon mal nicht mehr mitnehmen weil wir haben keinen platz oh gott glaubt das passt auch nicht 123 123 und 4 und nicht dass wir da jetzt noch einen mit also noch zwei mit kriegen oder so zwei schon aber keine dreimal nicht so obwohl warte man doch das hat man doch eben auch so warte wir müssen das zeug hier mal rüber vorstellen und dann sollte das wieder klappen naja wunderbar sehr gut dann haben wir das auf die 1 dann fahren wir jetzt mal rüber ja so gut fertig wo können was brauchen wir denn was hatten wir denn drei bretter toll 6 kommen wir haben 12 18 das haut schon mal hin und so nee das war falsch dann war das der mittlere alter wunderbar so hervorragend im übrigen haben jetzt auch den baum immer noch gehen wir durch kloppen können so dann muss ich jetzt noch mal schauen wir hatten irgendwo in einem der kisten müsste die säge drin sein hier ist gut dann kann man das teil jetzt wieder wegpacken dann einmal das teil raus einmal inventar öffnen 1 davon raus und schon haben wir dann gleich den fußboden fertig ach quatsch man macht zu hier jeder der hohe genau sehr schön dann nur die sagen verteilen dann fangen wir jetzt mal an hier kleine stücke zu zerteilen ich weiß gar nicht wie viel braucht man dennoch noch 30 genau 5 denn 15 20 25 und 30 leider muss ich dir auch noch hier zerteilen weil sonst haben wir den gleichen groß mitbringen gepackt und das würde ich ungern machen so wann steht sehr schön dann haben wir jetzt noch 245 gut hervorragend jetzt muss ich noch mal gucken wo sind denn die anderen bretter hingefallen bretter ihr wisst was ich meine so hier sind noch mal stücke nochmal fünf insgesamt 20 dann das heißt noch mal hier dann sind wir jetzt gleich eigentlich auch fertig würden noch ein bisschen was looten fahren würde ich sagen ne quatsch ich wollte das dann noch also er würde da sind noch mal drei ganz einfach nur noch drei da kann da was nicht stimmen oder ich weiß nicht egal die lassen wir jetzt einfach mal liegen würde ich sagen handwerk so 3 und hier von nummer 2 in die a1 sektor habe ich übrigens auch mal kurz hinein ja kurz da ja aussteigen ich weiß gerade nicht dass hier sind die äste die kümmer auf jeden fall das bleibt hier das bleibt hier das bleibt hier weil es ist ja gerade alles voll es bleibt auch hier hervorragend eigentlich können wir mal gucken in bau könnte vielleicht sogar passen bau passt das das passt nicht mehr aber das passt dahin ja würde ich sagen das sieht ein bisschen ungeordnet aus wir sollten vielleicht ich habe keine ahnung äste das ist das ist das denn bau wieso steht die bau da die bau stellen wir dann noch da so schick neben hallo dann stellt man die garten garten ich glaube es passt nicht mehr aber das könnte ja vielleicht also das fehlt mir echt ins kam dass ich das zeug automatisch dreht wenn er merkt dass da was reinpasst das ding auch das packen und dahin das packen und da so im übrigen wollte ich doch eben das damit dass da öffnen öffnen baustoffwechsel obwohl ich bin gerade echt doch relativ aber alles essen die erbschen meinen charakter voll machen nicht wirklich vor allen dingen wenn man sich anguckt wie viel wasser hier das blaue und dann das blaue ist ja das wasser wie viel wasser die erbschen in sich haben und wie viel eigentlich beste nahrung es ist schon hammer so jetzt wollte ich gucken ich brauche noch das auto der dte 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 so ach so warte ich muss das ding natürlich jetzt auch wieder ins auto packen hier wo habe ich es denn ist es drin mir fällt im übrigen auch gerade auf sollte vielleicht auch weil die brauche ich ja auch nicht mir fällt gerade so vieles auf so das teil gehört auch nicht hier mit hin das teil bleibt auch im auto das teil kann man in die hände dahin geht es aber nicht in die hände oder was okay so geht's dann sind wir jetzt von ausflug gewappnet oder auch nicht ich will nämlich gerade gucken wo der aus a1 auf der insel läuft dafür bräuchte man bot am besten sogar ein schnellboot und da das inselhopping zu machen für die airdrops so dann machen wir uns dann mal auf die wege wenn ich dann da bin naja irgendwie ja im übrigen sehe ich ja gerade ich fahr auch wieder die batterie voll das ist auch nicht gerade verkehrt stimmt die haben wir dann nämlich gleich auch wieder voll ich bin ja Leider nicht dort, weil leider immer noch kein Schadensmodell. Oh Gott, ich freue mich so drauf, wenn endlich das Update rauskommt. Ich freue mich aber auch auf das Update. Ich weiß nicht, ob es das nächste ist, aber ich freue mich auf das Update 08... Äh, 0... Ne, was war das doch? 08 05 oder 08 5? Obwohl, da wir gerade bei 08 023 sind, glaube ich nicht, dass die V5 oder so das nächste Update sein wird. Gehe ich mal nicht von aus. Obwohl, es wäre schon geil, weil die große Großstadt würde ich gerne... Oder die größere Großstadt würde ich dann gerne sehen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui also ich meine im moment geht es ja noch dadurch dass es halt so da ist halt keinen schaden für die fahrzeuge gibt aber ich glaube irgendwann zerlege ich hier sobald die fahrzeuge schaden nehmen zerlege ich hier definitiv irgendwann das auto ok der eine mensch läuft da der andere steht da und läuft jetzt da auch wir müssten schon gucken möchte ja nie rund an das und die sind da irgendwie bringt überhaupt nichts seine autos hier zu dann weil ja man sieht es ja trotzdem dann fangen wir mal an hier stecken ernsthaft das ist doch nicht wahr blödes game so einmal da damit ich weiß wo das auto ist dann einmal hier auf der gruppe vielleicht dann einmal dahinten vielleicht irgendwo keine ahnung hier und dann einmal wo sind denn die rundhangers da wäre einer da wäre eine rundhange wo ist ja die zweite keine ahnung da hinten ist einer und da läuft der andere woher der kommt zurück ich stelle mich erst mal hier ich glaube ich muss erst mal von hier gucken äh kacke da ist ja noch einer gut die zwei treffen sich jetzt irgendwie da anscheinend in der zeit könnte ich mir nicht könnte mir keinen kaffee einschütten weil der läuft wieder zurück dann würde ich nämlich jetzt gerne da hinlaufen er läuft da meine frau klaut mir wieder meinen kaffee das ist mein kaffee ja ich bin aber es handelt von meiner frau und so ich muss ins männerhaus und so ich werde hier voll misshandelt ich weiß nicht warum der das ding im fuß stecken hat wenn ich ihm gerade eigentlich an den kopf geschossen habe aber das finde ich immer so lustig die haben das ding im fuß den kopfschuss und haben den bolzen im fuß mein öfter was neues na das wäre so durchsuchen aber ich bin gerade begeistert dass er nach dem zweiten schuss tot war weil sonst habe ich schon mal so drei vier fünf bolzen gebraucht wo hatten wir seinen fuß bolzen da draußen euch schon wieder einer da ist mein anderer bolzen wunderbar jetzt erst mal zurück dann werden wir hier anfangen zu looten halt haben wir denn da ich fahre sind nicht m16 direkt mal einpacken hier high loot ich bin hier auf einem high loot server und den quatsch also erst mal voll geil dass wir überhaupt eine m16 gewonnen haben es ist ich weiß nicht das ist ja in sechs im lotto oder so ich würde ja gehen weil ich weiß dass das auto dann kaputt geht ja jetzt muss natürlich hier draußen wieder so ein blöder zombie rumlaufen der mich angeblich gesehen und gehört hat auch mobile hat machst du hier schon wieder ja ich weiß herrchen abschlappern ich bin ganz liebe ich weiß vor allem wenn du mal ein bisschen geschlafen hast bist du noch viel lieber das weiß ich auch wenn sie dann mal geschlafen hat weil das hat nämlich meistens nicht vor so das brotten helmen brauche ich eigentlich auch nicht so ich würde nämlich ganz gerne mal ich glaube das ist meine problem ich öffne jetzt einfach mal hier warum auch immer da die munition noch ein paar mal über titscht gucken wo der mächter lang läuft der herde kommt hier hin dann möchte ich das nicht wirklich da jetzt rausgehen wir könnten ja versuchen den zu erschießen mit der 9 mm das dauert wahrscheinlich 500 jahre und wir haben nicht genug munition ich weiß doch gerade nicht wohin ist und wo er jetzt gleich eigentlich seine runde hinzieht muss jetzt erstmal gucken wo geht er jetzt überhaupt hin er kommt hier rum das ist blöd ja ich bin halt hier nicht so oft drin in dem gebiet deshalb weiß ich nicht so wirklich wo die lang laufen er zieht jetzt darüber so wie es aussieht ach du scheiße ich muss leider ein bisschen lauter sein es war mir gerade zu viele und dann alle leider nur hier auf der seite er piept ernsthaft am besten backt er sich jetzt noch hier durch und dann bin ich voll ins zufrieden schiede schiede der jetzt her kam ich wollte eigentlich dies nicht aber die sache blieb mir jetzt gerade gar nichts anderes übrig als mit der waffe herum zu ballern denn dadurch dass ich ja hier rein bin da ist noch eine m16 das haben wir jetzt haben wir schon 2 ach so das ist nur ein zombie gott sei dank ich dachte schon jetzt nachdem wir hier rein sind und der pieper hochgegangen ist wäre dann jetzt noch ein spieler der jetzt meinte hier reinkommen zu müssen das wäre ich meine dass wenn ich das erste mal habe ich auch schon ein paar mal miterlebt das war nicht auf meinem server aber auf anderen servern von daher so ich hätte aber wenn ich ehrlich bin gerne ein schalldämpfer für die ump ich weiß gar nicht ob es überhaupt einen gibt wenn ich ehrlich bin eigentlich müsste ich auch mal ganz dringend auf toilette aber andersrum mag ich gerade auch nicht wirklich okay die sind hier mit dem pieper hochgegangen das ist schön ich weiß gerade nicht wo ist denn der blöde mech der hier eben patrouilliert hat anscheinend da würde ich mal behaupten schwarte einfach mal bis der jetzt hier vorbei ist in der hoffnung dass er mich nicht sieht ja lauf weiter wunderbärchen hier ist mal keiner drin ich habe schon damit gerechnet dass hier wieder vier stück auftauchen oder so 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 45er 45er das andere problem wo ein schalldämpfer für eine 338 mit braunem bezug okay hatte ich die drei jetzt schon okay das problem ist ich weiß auch gleich nicht mehr wie ich hier rauskomme ich hätte vielleicht das wollen munition ich nehme die mal mit vielleicht haben wir ja glück und finden irgendwann mal eine aas wohl obwohl ich ja lieber mal hier so ne neun millimeter v3 holographisch nicht auch das nicht nennen hast du mich nicht immer an hier so 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 hier legen mal ein paar 97 prozentige urstöpsel die sind bestimmt besser wie meine 57 prozentigen abgeranzten ekligen ja komm lauf weiter du musst jetzt nicht zeigen dass du hier der babbo bist und auf mich schießen das mag ich jetzt gar nicht da ist einer kommen den kümmern bei sie mal eben bearbeiten da hinten liegt der andere ist kriegen wir hin wunderbar guckst du wollte ich eigentlich sagen nicht kuckoo ein bisschen geld haben wir zumindest mal so dann haben wir hier schrot patron brauche ich nicht ich benutze keine schrot ne das wollte ich eigentlich auch nicht das ist auch wieder aas wollen dann halte ich lieber den base in der hand erst mal für das feeder obwohl warte mal den kümmer eigentlich auch er wollte gerade aufstehen ich habe es gesehen der ist gerade wach geworden so dann weg damit das ist und es jetzt sieht aus als wenn er der dinge im auge hätte und der guckt mich nicht mehr ist nicht es ist nicht das auge ist ja ist egal also eher wangen bereich und keine ahnung so das teil das hier wird haben wir darauf liegen eigentlich schon mit 9 mm habe ich mehr als genug von so 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 jojo och man der mag mich hier wieder netter zeug schrotzen munition mag ich aber auch nicht so so ich lasse die jetzt einfach mal hier so 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 das ist der letzte hangar ich musste leider wieder schießen das war wieder kacke aber okay dann ist das so halt warte ich muss das ding kommt bitte wieder hier rein dass da auf die 1 ja es war mir einfach zu viele und es sind schon wieder zu viele davon wach geworden ich weiß gar nicht ob sie nicht sogar alle vier wach geworden sind oder nur drei und der vierte das schießen aber die hätte ich so auch nicht weggekriegt weder mit schalldämpfer noch mit weiß ich nicht Baseballschläger die hätten mich eher wachen nein 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 weggekriegt so und ich muss auf den port also nach dem looten gehe ich gleich auf jeden fall erstmal den jürgen würden der boa die große welt zeigen für große königstiger oder für kleine königstiger ist mir eigentlich auch egal ein vhs magazin ja super ich krieg hier zwei im 16 war nicht bei dem guten zustand eine 27 eine 34 prozent aber dann ein vhs magazin viel merkte selber funktioniert so nicht damit kann ich nicht wirklich schießen weil das vhs magazin passt leider nicht in ihrem 16 glaube ich ich glaube es ich habe es noch nicht ausprobiert ich weiß es nicht gut also hier hätten wir zumindest mal hier haben wir zumindest mal ein bisschen was mehr an flugplatz rund an gas außerdem habe ich die noch nicht also ich habe sie zwar im inventar aber ich weiß nicht ob ich hier lebend raus kommen von daher weiß ich noch nicht ob ich die wirklich habe der läuft da lang der kommt jetzt wahrscheinlich gleich von da weil noch bin ich nicht raus so so der ich weiß gar nicht wie läuft denn der blöde mich jetzt hier da so ich war mir klar ich wollte sagen wenn ich jetzt hier runter hüpfen zu gucken wo der lang geht ich weiß nicht wo auch scheiße ich glaube ich bin hier sowas von falsch jetzt na der läuft zumindest ein stück gekommen ich lauf jetzt einfach mal gegen was auch immer ich da gerade gelaufen bin scheiße ui hilfe der mensch mag gar nicht mich mich gar nicht so bleibt du bloß da du blödes vieh hau ab ziehleine wow ey sag mal ich bin schon lange draußen seit wann schießen die denn einem noch so lange hinterher ich lauf ja schon weg bleibt mal ruhig da locker locker bruder locker ich wusste gar nicht dass sie so lange noch hinter einem her schießen wenn ich ehrlich bin so ich werde jetzt mal mein brot krummen weg hier wieder weg machen so uiuiui es war jetzt echt also ich hätte nicht damit gerechnet dass ich jetzt da zwei im 16 rauskriege dass ich überhaupt irgendwas da rauskriege aber wie gesagt die sind beide halt 27 und 34 prozent sind jetzt nicht im besten zustand aber besser als das was ich in letzter zeit überhaupt irgendwo raus geholt habe deshalb beklage ich mich da auch überhaupt nicht so ja dann setze ich mich mal kurz ins auto ja bis vor kurzem oder bis vor 08 weiß ich zumindest ähm 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 bis vor kurzem weiß ich zumindest noch dass die noch nichtmals mehr durch den zaun gucken konnten also bis vor 08 weil ähm der zaun dich eigentlich unsichtbar gemacht hat weil die mechs anscheinend nicht durch diese verdrahtung durch gucken konnte oder so da bin ich oft genug beschossen worden hab mich dann hinter den zaun gestellt da wo halt blickdicht war und nicht wo ein loch drin war und ähm da bin ich ja noch nicht mehr gesehen worden das habe ich letztens auch versucht und bin dann trotzdem weiter beschossen worden ähm ja ich denke mal das haben die dann auch wieder geändert aber ich bin jetzt mal kurz afk ich muss nämlich wirklich mal ganz dringend für kleine königstiger Vielen Dank. Vielen Dank. Er macht jetzt nicht das Auto kaputt. Ich sehe es nämlich schon kommen. Der Mech schießt dann drauf und dann ist es erst recht kaputt. Nein, nein, nein. Der Felsen steht auch nicht erst seit gestern da, Falli. Immer wieder falle ich da auf den Trick rein und fahre da voll komplett gegen in letzter Zeit. Jetzt schreibt mein Charakter, er muss pinkeln. Ich war doch gerade erst. Wo bin ich? Da, da muss ich da lang. Ui, 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 hier rüber. Hä? Ah, da. Ja, 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 ja. Wasser. Es hätte mich jetzt auch tödlich entrinnen können, wollte ich schon sagen, treffen können, wenn ich, ähm, wo bin ich denn? Da bin ich. Ne, da will ich doch gar nicht lang, oder? Ne, da wollte ich nicht lang. Ich wollte hier lang. So, hier oben wollte ich lang. Äh. Mein Fahrstil hier, dat is. Ehrlich gesagt weiß ich aber auch gar nicht, wie das aussieht hier. Ähm, war eigentlich schon mal jemand wieder seit dem Update mit dem Atomkraftwerk bei dem, äh, Campingplatz. Ich denke mal, der Campingplatz ist doch mittlerweile dann wahrscheinlich auch verstrahlt, oder? Ui, 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 ui. Also nicht, dass ich jetzt zum Campingplatz da hin möchte, weil ich möchte es nicht ausprobieren, solange ich kein Strahlenschutzzeug bei hab. Ui, 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 ui. Was? Ja. Ich hatte gefragt, ob schon mal jemand seit dem Update mit dem Reaktor, Kernreaktor, da, nein, mit dem Kernkraftwerk, wieder bei dem, ähm, Campingplatz war, ob der auch verstrahlt ist, ob man da mittlerweile auch Strahlenschutzanzug tragen muss, oder ob der noch frei ist, weil der ist ja eigentlich, also hier ist ja der Campingplatz und da ist dieses komische Werk, das ist schon irgendwie merkwürdig geregelt, ne, hier wollte ich auch nicht lang. Okay, also auch hier unten das wahrscheinlich dann, das wird aber lustig, wenn laut Twitter von den Entwicklern, ich würde mal sagen, hier so in dem Gebiet wahrscheinlich eine neue Großstadt kommen soll, oder die kommt hier irgendwo, das weiß ich natürlich auch nicht, also es sah zumindest aus, als wenn das Foto, was die gestern gepostet haben, wenn, was die gestern gepostet haben, in die Richtung zumindest das Kraftwerk zu sehen war. Also das wird noch, ich denke mal, vermutlich wird das ein Kraftwerk, ähm, oder auch eine verstrahlte Stadt oder so, da gehe ich mal von aus. So, die soll ja noch größer werden wie die große Stadt. Ich da hin oder fahre ich da hin, ne, das ist, ach, geh mir nicht auf den Piss, Zombie. So, aber ich fahre nochmal kurz. So, das ist, ach, geh mal kurz. So, ähm. So, ähm. So, ah, so, ah, so, ah, so, ah, so. ich brauche einen baum so wasser geht es was ich habe vorhandene strahlung ernsthaft warum habe ich strahlung ich war doch gar nicht in der nähe vom atomkraftwerk okay das atomkraftwerk ja dass das kann sein ach kacke 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 ich habe ich hatte mal keine ahnung das läuft das ist doch da das sind schmerztabletten ich will keine schmerztabletten ich hatte mal irgendwo super das heißt ich werde wahrscheinlich dann irgendwann verstrahlt und keine ahnung dabei habe ich doch ein sicheres auto mensch ja aber das kraftwerk ist hier und ich bin irgendwo hier drüben die sollen mal ihren ihre strahlung bei sich behalten mensch ja im moment glaube ich ich brauche die glaube ich noch nicht oder da steht ja nur vorhandene strahlung 12 sievert oder so keine ahnung also okay der zustand selbst versucht keine symptome aber führt zu einer anderen zustand den mann werden sie können sich waschen um die strahlung äußerlich loszuwerden schwitzen und pinkeln helfen dabei die innere strahlung lustig aber pinkelt habe ich direkt das war ja schon mal das war super ich wollte jetzt hier eben nur noch ein bisschen luten und dann gleich wieder abbauen ich hoffe mal dass das nicht allzu schlimm wird ansonsten melde ich mich gleich noch mal ich muss aber jetzt noch mal kurz afk so eine minute auf zwei dann bin ich wieder da also so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 was immer geht ist so das problem ist jetzt sieht man aber irgendwie nicht wirklich läuft jetzt hier voll super so ich gehe dann jetzt schon mal sterben ich weiß in b2 ich sei in der droppe ihnen keine ahnung bis zwei das war das weiß da hinten ja da bin ich nicht mehr hätte sie mir mal vorher ankündigen sollen als ich noch in der gegend war an mann mann was wie was denn was wolltest du den jetzt mal lieb wieso wollte es auch gerade hierhin also vom kopf das was ist das für ein scheiß so also ich habe mal so gefühlt vor einer stunde irgendwann mal pause gedrückt ach so ja als ich von neben auf toilette gehen wollte da hatte ich ja pause gedrückt da hat er das nicht genommen und jetzt geht er in die pause ohne dass ich überhaupt irgendwas drücke das ist schon ziemlich mies finde ich ach du bist schon da okay wie gesagt ich schieße eigentlich auf keinen ich bin auch nur hier um so ein bisschen die autos zu gucken ich wollte mal gucken ob ich hier ein compound wo finde und dann bin ich auch wieder weg also viel will ich gar nicht ich lasse dir auch alles da ja tollen fall hätte ich jetzt zwar gefunden kommen das ding kann man mitnehmen das ist der gleiche das problem ist das brauche ich jetzt nicht wie gesagt schon nur ein bau und dann habe ich wieder ab am besten sohn leckt an oder sowas ach man das ist immer noch das gleiche ich weiß noch nicht mal wie lange also die hätten das näher ich weiß es nicht ja die beobachten mich hier auch alter blöden viecher ich blute ein bisschen nadeln die brauche ich auch nicht also die hätten das hier irgendwie finde ich jetzt zumindest so meine meinung die hätten einfach mal irgendwie besser abstecken können dass man hier irgendwie sieht wo das eine teil aufhört und das nächste lud teil anfängt weil ja für mich sieht das hier irgendwie war sie nicht ja noch einer wunderbar alter hör doch auf zu looten so der hat auch nichts vernünftiges da ist nichts drin ein bisschen geld hat er naja das ist immer noch das gleiche das ist doch hier echt nicht war da war noch irgendwo ein bisschen sprit drin oder sowas ich finde die loot situation hier echt ein bisschen da kann man übrigens auch reingucken viel mehr auf nee das brauche ich jetzt auch nicht naja das ist kein compound wo das ist ein black hawk den brauche ich aber nicht damit kann ich nicht umgehen das ist das gleiche ich sie ist auch kacke wie groß ist denn die loot box bitte hier wenn es hin kann ist da ernsthaft dann weiß ich auch warum ich nie was gefunden habe oder immer gedacht habe ist alles immer das gleiche hier ist alles immer das gleiche hier auch kein bo naja die bräuer nicht das ist auch das gleiche ich jetzt noch mit der fall das ist immer noch die zange das bräuer nicht glaubt gibt kein bogen diesmal ich war immer der meinung dass die eigentlich unterschiedlich sind aber so wie das aussieht ist das hier alles zusammen das ist voll doof ja auch nix da ach so moment strahlung weg job ist weg ja zwei dank das nur vom pinkeln anscheinend ich habe keine ahnung noch wieder so ein blöder bogen ich möchte doch nun am pound wo bitte ich nehme jetzt den lkw noch und wenn der nix hat dann gehe ich wieder weil sonst ne obwohl da ist noch ein auto er hat aber auch keinen drin ich weiß gar nicht was war hier nochmal so drin ach du kacke jetzt kann ja natürlich sein dass hier auch noch einer drin ist oder so ne weil hier ist ja alles mit schrott drin sehe ich gerade also ganz ehrlich die habe ich ehrlich gesagt noch nie gelootet hier ich weiß nicht warum ich habe immer gedacht obwohl das ist auch wieder das gleich wieder vorne glaube ich auch kein bogen und hier gibt es nur steine ok früher konnte man mal nicht kann man anscheinend nicht mehr oder das haben sie gott sei dank gefixt früher konnte sie hier mal unter diesen auf und runter laufen hast du dann da drunter gestanden oder drin gestanden und und das andere spieler beobachten oder auch wenn er halt ziemlich fies war es die leute wegschießen das habe ich aber nie gemacht ich habe da mal drin gestanden auf einem anderen server als das ganze squad da am looten war das war echt schon lustig und die haben mich obwohl warte hier die habe ich glaube ich noch nicht gemacht und die haben mich ehrlich gesagt nicht einmal gesehen immer noch das gleiche immer noch das gleiche der dezember alter äh so so ne ne ach man ja was ich lege dir immer aufs gelbe auto und kein repair kit wenn du das brauchst äh repair kit so nicht repair ähm weil davon habe ich mehr als genug ja ich habe auch schon so viele deshalb nehme ich dich schon fast gar nicht mehr mit so na toll hier hätte ich zwar ein visier für den compound wo ich glaube ich nehme das mal mit naja das stimmt allerdings so du sie hörst dich an als wenn du irgendwo links von mir bist äh ähm 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 so so ähm militärkompass auch ich auch nicht schon wieder ich hasse diese anderen bögen ich möchte gerne compound aber den will er mir heute nicht geben mir was weil wir hier eine wespe haben die findet ihr toll wenn ich jetzt sagen weil die mich so süß findet aber wo ist die hört sich nicht an wie am fenster das wird ja wie so ein schwarm ein schwarm ja sag ich ja eine schwarm er will immer mit seinen verletzungen vorsichtig seine ist doch dies laut dies agro die ist keine ahnung was schmeiße raus dann halt ich brauche mal hier meine 134 meine teile wieder so ich verlasse dein friedhof wollte ich sagen deinen schrott platz leider hat mir hier keiner nein leider hat es hier keinen campo für mich gefunden gegeben deshalb auch jetzt wieder er ist leider echt schade gewesen denn wenn ich hätte gern einen gab vor allem sondern haben gedöhnen so oder war warum bricht das auto eigentlich in letzter zeit immer irgendwo hin aus wo es nicht hin ausbrechen soll wo bin ich jetzt überhaupt eigentlich ich bin hier fast an der mauer das ist in ordnung keine ahnung was ich hier will aber glaube geradeaus durch gibt es auch nichts vernünftiges oder nein da muss ich hier nein da muss ich hier nein da muss ich hier mein gott alter juna klappe jetzt du warst draußen jahr ist gefressen du solltest jetzt mal schlafen also so nicht mit mir draußen meine frau war mit der draußen so rechts war doch glaube ich dieser bunker woher wird das wieder geräuchte überhaupt die möchte dem mitteilen dass die raus möchte so wie die brummt und da keine ahnung so wo bin ich jetzt da ich wollte da aber und ich bin gar nicht mehr verstrahlt das ist da habe ich echt glück gehabt vielleicht war ich gott seid was heißt vielleicht war ich ich war gott sei dank wahrscheinlich nicht lang genug in dem gebiet drin gehe ich mal von aus aber vielleicht sollte ich mal so ein youtube video machen mit meinem admin account mit geigerzähler mit wahlungs gedöhnen so um mal zu gucken oder mal zu zeigen bis wohin überhaupt die strahlung geht oder ab wo man vielleicht vorsichtig sein sollte aber das habe ich schon wie gesagt noch nie ausprobiert ernst darf ja schmeiß weg bin weit weg ich bin schon fast wieder im nächsten sektor das vieh jetzt weg bis zur läuse sooo 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 geht sofort weiter so sooo so 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 irgendwie drücken wir mal hier rum so ich gucke mal da oben auf dem parkplatz vielleicht habe ich ja glück dass da in den schrottkisten so was ist ich glaube es aber auch nicht so aussteigen steigt doch endlich aus naja ein bisserl geld ist da und sonst nur schrott so eigentlich nicht wirklich irgendwas nein das brauche ich auch nicht gut wir fahren weiter so ich weiß nicht r jingle Das war's. So, hier ist aber irgendwie... Ne, Moment, den hatte ich auch schon, ne? Irgendwie ist hier auch nicht wirklich was Vernünftiges gerade. Keine Bow, keine nix. Eine Karamellbrase, 100%, aber nur 2 von 20 drin, das ist lustig. So, hier ist auch nur Bolzen und Schrott drin. Ne, das ist der, den ich eben schon hatte. Das Vieh wird gerade voll aggro. So, keine Ahnung. Ja, lass sie drin und hol sie nicht andauernd rausgehen. Wie weiß, wenn die immer wieder mal ein bisschen quiekt, wird sie rausgeholt. Aber ich habe eher das Gefühl, die hat Panik vor der Sumsebrumse da. Seitdem die wieder anfängt zu brumsen, fängt die an zu quieken. Kann halt sein, dass vielleicht auch eine Königin ist so laut, wie die ist? Ey, ich habe noch nie so ein Vieh so laut gehört. Also ich habe ja schon als öfter mal so eine Wespe oder so gehört, aber so laut wie das Vieh hier rum brumst und summst. Das ist echt schon grausig. Was ich auch grausig finde gerade ist, dass hier überhaupt kein Zombie ist. Also das letzte Mal, wo ich hier war, hatte ich tausende von Viechern am Arsch. Aber irgendwie gerade. Nichts. So, nehmen wir einen Fallschirm nochmal mit. Oh, eine Säge. 83%, super toll. Nein, nicht in die Hand nehmen, ins Inventar einpacken, bitte. So, das nehmen wir auch mal mit hier. Ich habe nämlich nichts mehr an Verbandzeug. So. Hier kann man auf jeden Fall... Hä? Nein! Was sollte der eigentlich in die Hand nehmen? Die Fallschirme. Ich weiß nicht, was zu bringen. Das würde ich nämlich gerne mal so rausfinden. Aber ich glaube, ein paar hundert... Wenn sie 200, glaube ich, brachten, war es, glaube ich, viel. Ich bin mir aber nicht sicher. Deshalb nehme ich die nochmal mit. Gucke nochmal. Aber deshalb habe ich ja zu Hause auch diesen Verkaufs... Diesen Verkaufs... Diesen Verkaufskiste. Nein, diese Verkaufskiste. Und da werde ich dann auch nochmal bei Gelegenheit gucken. Bäh! Herr Paar im Mund, weiß noch nicht wovon. Äh... So... 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 Da hätten wir noch einen 70er. Ich nehme jetzt einfach mal die Nägel mit, weil die braucht ja in letzter Zeit auch einen Bolzen. Sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Die brauche ich ja auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie, ne? Eine Werkzeugkiste. Das läuft. Die kriege ich nämlich jetzt gerade auch nicht mit weg. Ähm... Oh, warte mal. Ich kann nur die Säge vielleicht da hin. Dann das Teil da hin. Jetzt passt das wahrscheinlich auch nicht. Doch passt. Wunderbar. So... Watch den anderen Bolzen da unten. Dann das Teil nochmal. Nein. So... Dann hier... Hier... Jetzt gucke ich nochmal... Ich sage, die Schuhdinger finde ich am gehörigsten. Also... Vor allen Dingen sind das anscheinend drei Kartons übereinander. Und in jedem Karton ist meistens eigentlich... Ich wollte gerade sagen... Meistens eigentlich immer ein Schuh drin. Bei denen hier ist es genauso schlimm. Das sind vier Kartons. Da sind wahrscheinlich auch wieder vier Paar Schuhe drin. Das heißt also, wenn ihr mal schuhlos seid und Schuhe braucht, ne... Lauft einfach zu den Flugfeldern und... Durchwühlt die... Komischen... Pisten hier. Das ist jetzt schon Nummer 6. Und Nummer 7. Ich sage ja, komischerweise... Die... Komischen Schuhkartons, die sind wirklich jedes Mal komplett... Voll. Also es ist... Ich weiß es nicht. Achso... Moment... Ich wollte den Bolzen mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Da. So. Aber ich sage ja wirklich... In jedem Schuhkarton findest du Schuhe. Das ist... Trausam. So. Äh... Gut. Dann... Können wir hier eigentlich auch weg. Hier ist auch nichts mehr. Hm. Ist alles nicht mehr so wie mal war. Mann, Mann, Mann. So. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Den einen Schlüssel mit. Ich nehme mal die Browser-Dings da mit. So. Das da rein. Ja. Und ihm ist schon wieder warm. Also wenn ich sehe, wie der hier schon wieder... Komm, pack ihn in die Auto. Und hör auf zu quengeln hier. So. Wir fahren aber jetzt nochmal aufs Flugfeld. Ich würde nämlich gerne... Fällt mir gerade einen tatsächlich tanken. So. Weil wegen fast tankleer. Aber... So. Was ich auch schade finde. Im Übrigen ist, dass man nicht hier so... Weiß ich nicht. Wie wirklich an der richtigen Tanke hier mal eben den Tankschlauch reinhängen. Und... Ähm... In der Zeit was anderes machen. Weil ich würde da hinten gerne nochmal die Kiste looten. Oder die zwei Kisten. Aber das geht ja nicht. Aber das... Machen wir dann danach. So. Aber... Wie gesagt... Ist auch nichts drin, ne? Jo. Dann schieben wir jetzt hier ab. Hm. Jippa. Wow, 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 wow. Gut. Ist nochmal gut gegangen. Wir haben uns nicht überschlagen. So. Ähm. Jippa. Äh. Ich müsste glaube ich da lang. Ja. Ich war sogar richtig. Äh. 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 Dann fahren wir die Tage nochmal quasi nicht gucken. Irgendwie... Äh. Äh. Es gibt ja auch ganz viele Kampons. Kampons. Äh. Bögen. Bößen. Bögen in den Ähm. Airdrops. Aber das sind halt immer nur die roten. Ne? Das ist... Da ist Werder. Keine andere Farbwahl. Äh. Äh. Futter. Bögen. 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 ach ja hier haben wir selbst angebaut gemacht bin hier unten ich wollte gerade sagen wieso bin ich in der selbst an aber die feier gerade hier unten lang näher alles klar hier ist selbst sowohl als auch hat es ein pvp server ein großer server ja es geht 50 slot zurzeit also es ist ein pvp server mit save zones und pv so so ich glaube ich sollte mir demnächst angewöhnen die leute zu fragen was die für ein server suchen wenn jemand sagt er sucht ein pv server sagt jemand das ist ein pvp sehr suchten pvp server sage ich erst ein pvp server vielleicht ein quatsch was wirklich nie tun so zusammenführen nein weil es auch nicht so auf dich gemünzt weit so allgemein so als scherz gedacht aber nie ist alles gut tatsächlich habe ich wirklich regelmäßig relativ viele leute also gestern waren es glaubt 13 die online waren registriert sind definitiv oder tatsächlich 48 leute habe ich gestern gesehen wie gesagt mein server gibt es noch nicht so lange ich glaube ein monat oder so und dafür muss ich ganz ehrlich sagen finde ich das eigentlich schon ganz gut ja so er hat er weiter ich wollte eigentlich laufen so da ist noch mal bolzen das jetzt hier oben in dann sehe ich die besser ich habe beides was heißt wir haben beides ich habe ja ein squad mit meinem sohn zusammen und wir haben einen volkswagen und einen leica aber ganz ehrlich ich finde den leica momentan irgendwie definitiv besser weil er geländegängiger ist und ja und da habe ich jetzt einfach mal den leica ich finde den organisch schlecht ja ich warte eigentlich im prinzip nur drauf dass so schnell dass die anderen fahrzeuge wieder kommen ich möchte einfach wieder meinen meinen moped meine harley fahren die ist die die mir wirklich am meisten fehlt alles andere ja obwohl die pickups waren eigentlich früher auch nicht schlecht muss ich ganz ehrlich sagen aber ja das sehe ich genauso wenn wenn der damage bei den fahrzeugen wieder angeschaltet wird dann ist hier feierabend also vor allen dingen auch mit den reparatursitz es sei denn die haben es vielleicht jetzt endlich mal irgendwie hingekriegt vernünftigere damage modelle hinzukriegen nicht dass man baum weiß ich nicht mit 2 km h titscht oder so und das halbe auto schon kaputt ist also wir haben es ja wirklich schon geschafft wir haben ein auto oder mit einem auto wirklich nur mal ganz kurze wir waren schon fast vor stillstand haben wir irgendwie in baum geteckt und das auto fing an zu brennen und ist in die luft gegangen also das ist natürlich kacke da wäre es schon gut wenn die das mal irgendwann hinkriegen würden ja okay ja gut also ich spiele jetzt schon seit ganz ganz lange also ich laufe stramm auf die 4000 stunden zu ich habe dreieinhalb tausend stunden oder so mittlerweile also ich spiele schon seitdem ich weiß es nicht lass mich lass mich lügen 0 20 30 02 glaube ich auf jeden fall ich habe angefangen da musste man noch komplett über die map laufen weil es keine autos nichts gab früher haben wir bei langfristige sachen ja blödsinn gebaut was weiß ich wir haben andere geradet wir sind durch die gegend gefahren haben weil sich nicht andere beschossen oder sonstiges ja ich bin schon ewig in dem geben mal öfter mal seltener oft aber ich habe es schon ziemlich lang und ich sage also früher war es eigentlich auch nur früher fand ich das spiel halt auch was baseball mäßig angeht oder so auch ziemlich langweilig weil man konnte ja nur irgendeine kabine bauen und damit war es das schon heutzutage kannst du ja eine komplette base ausbauen oder auch immer wieder umbauen oder was auch immer und ich denke mal das wird schon ein bisschen länger halten ansonsten heute guten oder sonstwas da wird es los jetzt schwänzelt mir hier ein kater um ich sage das baseball das ist mittlerweile echt ja ich habe mir eigentlich so eine große villa gebaut mehr oder weniger weil mein sohn eigentlich nicht mitspielen wollte also ich wollte die noch größer bauen aber jetzt will er dann doch wieder mitspielen und da wir nicht allzu viel platz haben was heißt nicht viel platz haben da ja irgendwann auch die baseball elemente das ist ja eigentlich begrenzt wie groß man bauen kann habe ich dann gesagt gut dann werden wir das jetzt halt so lassen so ich finde es eigentlich auch clever dass also zum einen ich habe hier immer noch keinen pipa gehört er quatsch nicht pipa keinen keinen von wie gehört oder gesehen zum anderen ich weiß nicht wo die messe herumlaufen wir sollten ja eigentlich auch meist sein das ist schon merkwürdig grüß dich thomas quatsch tom kocht ja ich sage im moment mir fehlen echt die mopeds muss ich ganz ehrlich sagen aber ich sage die bringen halt leider auch immer wieder sachen rein die meines erachtens nach weiß ich nicht kam eher schaden oder so also zumindest meiner meinung nach wie zum beispiel die flugzeuge also wenn es nach mir gegangen wäre ich bräuchte keine flugzeuge die autos mopeds und so finde ich eigentlich ganz gut aber ansonsten ich sage ich kenne halt auch noch die zeiten wo wir komplett über die map gelaufen sind und da ist auch keiner von gestorben klar es hat ewig gedauert man konnte nicht so viel loot mitnehmen wie wir es heute können aber flugzeuge sagt ich persönlich hätte man nicht gebraucht oder ich zumindest nicht ja die die sachen lassen sich teuer verscheuern aber ich weiß nicht also ich brauche kein flugzeug ehrlich nicht also ich meine wenn wenn es eine map wäre die ich sag mal diese größe vier mal vier hat also die größe noch mal hier dran da oben dran und 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 da oben und vielleicht sogar noch links und rechts darüber hätte ich das vielleicht schon dann hätte ich gesagt okay kriegen brauchen flugzeuge weil das ist soweit aber um jetzt sich auf der map vor zu bewegen oben ein erster zombie hier sogar zwei aber um sich auf am map vor zu befinden bevor vor zu bewegen oder so braucht man keine flugzeuge ja tom das stimmt zum base finden ist das gar nicht so verkehrt weil die siehst du relativ gut auch wenn die sich noch so toll in der er in den wäldern verstecken kriege ich denn jetzt aber ich sehe ansonsten sind sie eigentlich meines erachtens nach nutzlos also wenn ich davon ausgehe dass hier ist wie es ja insgesamt sein soll es ist eine gefangenen insel und wir sollen hier nicht runter kommen oder sonstiges mit einem flugzeug würde ich die insel sofort verlassen ganz ehrliche sache und auch diese bc us ich denke mal so viele verbrecher wie wahrscheinlich hier auf der insel wären wäre wahrscheinlich auch irgendein gangster da der sich mit edv auskennt oder sonstiges und die bc us deaktivieren kann oder sonstwas da gab es ja auch schon weiß ich nicht es gab da so einige filme wo man so was halt auch schon gezeigt hat also von daher ich würde mir dann weiß ich nicht für teuer geld oder was auch immer würde ich mir dann den bcu entschärfen lassen oder ich würde dem hacker sagen weiß ich nämlich auch mit dann würde ich den bcu entschärfen lassen wird mich ins flugzeug setzen und wird die insel verlassen also da würde ich dann nicht mehr hier bleiben ich sage motorräder mopeds und sowas ja finde ich in ordnung wie denke ich mal damit kann man auch definitiv nicht die insel verlassen von daher und wie man ja hier sieht es stehen genug schrottkarren auch um die die leute ja hier zurückgelassen haben als die insel geräumt worden ist von daher würde ich sagen gut autos motorräder und so sind realistisch weil man kann sich aus ganz viel schrott immer irgendwas zusammen bauen und ich sage das problem ist ja leider ich glaube nämlich auch dass die flugzeuge wirklich nur aus dem grund rein gebracht worden sind damit leute halt weiß ich nicht entweder eine base finden außer luft oder halte irgendwie sonst ja ich denke mal schon dass die trader gefangene sein sollen aber hast recht es ist halt auch vom aussehen her ein bisschen merkwürdig aber ansonsten denn die sache eigentlich wenn man mal davon ausgeht damals als ich mir das spiel gekauft habe wurde das spiel verkauft als weiß ich nicht zur weile will keine ahnung was game und wenn ich mir angucke auch mit den ganzen waffen die immer wieder mehr und mehr da reinkommen wie jetzt auch zum beispiel demnächst das maschinengewehr oder sonstiges ich habe immer mehr das gefühl dass die entwicklers kam jetzt eigentlich eher zu einem weiß ich nicht baller game machen wollen was weiß ich viel pub g oder sonstiges und weiß ich nicht also das das wäre dann wieder definitiv nicht meins weil wenn ich ein baller spiel haben wollen würde würde ich mir ein anderes spiel kaufen und hätte mich nicht für scam entschieden so zum einen also das ist halt meine meinung dazu ne da ist übrigens rechte smile smile lieben so nichts mal ja dass das mit den server einstellungen schon aber ja das problem ist ja es gibt einige pvp spieler die stream aber meistens dann auch ähm weiß ich nicht stream snipen haben oder sonstiges ja ich sage die events die es in game gibt die finde ich eigentlich auch nicht verkehrt aber ja wie gesagt bei mir ist halt momentan noch pvp pv server wobei ich auch schon mal überlegt habe weil halt wirklich viele leute auch in der pvzone bei mir wohnen und ich gar nicht so sicher bin dass ich hier viele pvp spiel auf dem server war ja auch schon immer überlegen den auch pvp umzustellen oder so aber ich bin mir da halt nicht sicher also im moment läuft es gut ich kann mich nicht beklagen das wird auch nicht wirklich mist gebaut oder sowas die community die hier so eigentlich auf dem server ist mit denen ich auch so ja schreibe oder so kontakt habe wir sind eigentlich alle ziemlich nett er hat auch noch keine probleme gehabt und wie gesagt den server gibt es seit einem monat oder etwas über einem monat nicht stimmt nicht wir sind sogar schon im zweiten monat ja meret sowas gibt es auch haben wir früher auch gehabt aber ich sage ich war halt früher auch in einem squad oder auch auf einem anderen server mein leader hat auch angefangen zu streamen und der hat dann seinen eigenen server gehabt und was weiß ich nicht alles ist dann aber immer wieder auf andere server gegangen um pvp events oder um einfach nur zu ballern oder so und ich sage ja oder auch wenn ich die ganzen bot shop server sehr dort ist für mich ist das kein survival game mehr wenn 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 du dann bot shop passt der der sage ich mal sogar die waffen bis auf toilette liefert oder so also auch bot shop oder sowas würde es bei mir nie geben ganz definitiv nicht ein bot shop ist du weiß ich nicht wenn du wenn du spielst und so kriegst du halt sammelst du auch währung oder auch die in game währung kann man dafür nutzen wie es genau funktioniert weiß ich nicht du kannst dann auf jeden fall über eine bestimmte taste kannst du dir im menü was für sich sage ich meine m 82 aussuchen wenn du das geld hast klickte auf kaufen oder so und du musst dann an ort und stelle bleiben bis dann so eine kleine drohne die auch manchmal hier durch die gegend laufen laufen fliegen also wenn die im server eingestellt sind dann gibt es auch drohen die durch die gegend fliegen die liefern dir dann die m 82 wenn du mit munition bestellt das kriegst du die sogar mit munition es gibt bot shop server da kannst du dir wirklich komplett alles bestellen da kannst du dir jede waffe bestellen komplett gilly und was weiß ich nicht alles und das ist das sind wirklich reine pvp server ja das sehe ich nämlich genauso merit ja ich sage also ich habe auch nichts dagegen also ich glaube hier eigentlich auch nur ja das ja das kommt dass das ja aber ich sage nicht auf einem normalen server also es gab dann auch leute die behauptet haben also rage war halten reiner pvp server das war wirklich nur geballert da bin ich früher auch ab und an drauf gewesen wirklich einfach nur um spaß zu haben um ein bisschen zu ballern aber es gab dann auch andere server die angefangen haben bot shop reinzumachen oder so obwohl sie angeblich nur pvp oder pvp server waren oder so wo ich mir gesagt habe ist nicht meins und die sache ich habe auch nichts dagegen was weiß ich meine schießerei zu haben ich habe auch immer irgendeine waffe dabei also ich habe auch hier meine ump dabei oder ich habe irgendwo auch meine vrs dabei die glaube ich irgendwo im auto aber ich muss nicht unbedingt um ballern oder so also ich meine ich schieß schon mal ab und zu ein zombie wenn ich geschossen werden würde und ich nicht direkt sterben würde würde ich sogar gucken auch zurückschießen also ich würde da nicht weg laufen oder so sondern ich würde zurückschießen aber ansonsten ganz ehrlich ich war lieber hier übrigens über die map und und lute oder bau halt meine base oder macht sonstiges zeug weil ich meine wenn einem das zu lasch ist und man unbedingt pvps machen will oder so dann weiß ich nicht man kann sich auch server suchen wo zum beispiel die mechs noch stärker sind oder die zombies noch stärker sind wurde dann wirklich da vielleicht eine herausforderung hast ich meine wenn ein großteil hier von den leuten auf meinem server sagen würde hör mal die zombies sind zu lasch und die mechs sind zu lasch kannst du die was höher stellen und ich sag mal von meinen 48 leuten die momentan auf dem server registriert sind würden das wollen ich sag mal was weiß ich sagen wir mal das mal wollen 30 leute oder so von 48 dann würde ich mir das auch überlegen ob ich es dann eventuell machen wobei bei mir auf dem server die 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 zombies schon ein bisschen mehr schaden machen als normal und die mechs stehen bei mir auf plus drei also ja meret entweder lutrop oder erdrop das sind die komischen dinge hier mit dem fallschirm die auf der map angezeigt werden ja ich sag ja also das ist zum beispiel hier ich habe letztens auch ich war einem airdrop und ihr habt gesehen es kommt ein anderes auto ich bin schon zurückgelaufen also nicht weil ich irgendwie ärger machen wollte oder weil ich den weg schießen wollte oder was auch immer ich bin halt nur zurückgelaufen weil ich schon oder zu meinem auto gelaufen und wollte fahren nicht b0 bett 1 a 1 und das war es nee das war hier in woher wo waren das in 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 hier b3 war das irgendwo ich glaube hier so in der gegend hatte ich glaube ich auch schon den den lecker aber ich sage dann war da auch naja ich wollte halt weg und dann kam ein anderes ein anderer lecker angefahren hat gesehen dass ich schon da war und ich saß schon in meinem auto wollte gerade schon wegfahren er hat gehockt ist dann wieder gefahren wo ich mir gedacht habe alter du jetzt looten können ich wollte gerade gehen und habe dann aus versehen aber stadt b zum reden habe ich v gedrückt man hat mich die ganze zeit gewundert warum ich nicht rede aber habe jetzt auch schon von mehreren auch gehört dass das hier so ist wenn wenn man sieht oder mehrere hatten mir schon geschrieben dass es eigentlich hier so grad wohl gang und gäbe ist wenn man sieht dass jemand am airdrop ist dass die leute dann fahren und halt nicht unbedingt auch beef aus sind oder so ich meine ich akzeptiere das voll und ganz ja die habe ich ja erst seit gestern an die mütze die mütze habe ich mir doch gestern am staudamm geholt ja das mit der werbung weiß ich nicht tut mir leid wenn wir alle immer so viel werbung habt ich weiß nicht warum da so viel werbung läuft also ich habe definitiv das habe ich von anfang an auch so eingestellt gehabt dass bei mir nur einmal die stunde eine kurze werbung laufen soll also ich habe damals das habe ich damals schon so eingestellt als ich angefangen habe damals lief es auch so vor über einem jahr die leute haben kurz vorm stream ich glaube 10 15 sekunden werbung gehabt und danach war erst mal eine stunde ruhe und mittlerweile kriegen leute ziemlich viel werbung und ziemlich oft werbung auch manchmal acht blöcke hintereinander wo ich mich auch frage warum weil ich habe das so nicht eingestellt ja okay verständlich ja aber so hat jeder mal angefangen wäre so habe ich das damals auch gemacht alle 15 minuten okay ja so so habe ich das definitiv nicht eingestellt die sache ich habe es wirklich eingestellt alle stunde einmal kurz werbung und ja keine ahnung ich sage halt ich weiß noch nicht warum das mittlerweile so ist und meine frau die hat ja auch jetzt mittlerweile ein account bei dings also nicht zum spielen sondern die ist ja auch schon mal ab und zu im stream frau fallis frau oder wie auch immer die hieß oder frau falli oder irgendwie sowas sie sagt zum beispiel wenn sie über über ihr laptop reingeht hat sie so gut wie keine werbung geht es über handy rein kriegt sie alle furzlangen werbung also ich weiß nicht ob es damit zusammenhängt wie gesagt ich weiß es nicht ich gucke halt so selten meines streams selber so so also das hier ist meine neue behausung für die neuen hier habe ich mir so nach und nach gebaut dass da war meine alte behausung die nimmt jetzt meinen sohn aber wir hatten jetzt überlegt oder ich habe überlegt ja bis da oben jetzt darum zu ziehen und dann zuzuziehen und dann wie gesagt ich bin hier auch das hier ist komplett pv gebiet halten damit ich halt in ruhe bauen kann und nicht jedes mal nach da unten im tolle da wo ich gerade war weiß oder eben war da da ist jetzt der der drop super na ja auf jeden fall ich wollte halt hier mal auch so ein bisschen das bauen ausprobieren und sonstiges und wie ihr seht also es gibt hier ganz viele leute wie bei mir im pv gebiet jetzt auch gebaut haben da ist eine base da hinten ist eine riesen base da ist eine kleine base da ist noch eine base und da sind noch ein oder zwei bilden da ist noch ein und da ist noch eine also ich sage ich bin hier von netten leuten umgeben ist da haben wir hängen oder ich hänge hier haben sehe ich von sollte hier ja ziemlich toll und die sonnenuntergänge sehen ja manchmal schon recht und deshalb habe ich dann irgendwann gedacht ich baue hier und gut ist man hat hier immer frisch wasser ich habe eigentlich auch gedacht dass das wasser dann halt gut ist dafür dass wenn man halt hier auch sein sein gemüse anbauen will oder sonst was aber irgendwie ist ja mein gemüse mittlerweile leider nicht so wie es wie es gerne hätte also ich wollte eigentlich deshalb habe ich zum beispiel hier auch ein flachdach drauf ich wollte eigentlich oben auf dem dach mein garten bauen aber spiel uns kam sagt nein also es ist echt ein bisschen doof ich weiß nicht der stirn der ist halt ein bisschen merkwürdig aber okay das heißt ich muss jetzt dann demnächst wieder ja ich komme ja schon hier rein weil irgendwie will er so nicht ja das ist doch auch mal gut also moment mal die warte ich lese grad dann kannst du die pve zone nicht auf einen ganzen sektor ausweiten ja ich habe auch schon überlegt ich habe auch schon mal ein server gesehen also machen könnte ich das schon ich müsste das halt nur einziehen dass ich was weiß ich hier anfangen und dann darunter zieht aber ich wollte zum beispiel hier erfährt und sowas nicht mit im pv quatsch in der safe zone haben oder die große stadt zum beispiel nicht oder halt keine großen blut gebiete oder keine gebiete wo halt viel zeug ist ich habe auch schon server gesehen das hatte ich fand ich eigentlich auch nicht schlecht aber weiß ich nicht also die haben das zum beispiel komplett anders gehabt die haben nicht die pvp zonen eingekreist sondern eigentlich die pvp zonen und die hatten dann eigentlich so komplett die zweier reihe und die ihre quatsch die b reihe also quasi ein kreuz das war komplett pvp gebiet und die anderen vier sektoren hier so das waren alles pv gebiete fand ich im prinzip eigentlich auch nicht schlecht gut der händler ist zwar dann im pvp gebiet aber das wäre hätte auch was für sich gehabt dass man hier wirklich in den vier sektoren safe ist ok ja ich sage es gibt halt viele überlegungen und ich habe jetzt auch geguckt ich muss mal also was heißt beschwerden gab es ja eigentlich nicht aber es gibt ja halt auch schon mal so ein bisschen anfragen ich war echt schon überlegen also ich wollte jetzt am wochenende auf jeden fall mal gucken dass ich so ein bisschen die server regeln rein kloppe zum anderen bin ich dann auch schnell überlegen ich war auch schnell überlegen mal zu um eine umfrage zu starten im discord was die meisten leute hier eigentlich spielen ob pvp oder pv oder ob lieber pvp server oder also nicht pvp so ob lieber pvp server bleibt oder ob viele leute lieber weil sie nicht in anderen was anderes oder lieber pvp hätten oder ich weiß es noch nicht also ich würde gerne die leute die bei mir mitspielen auch gern ein bisschen mit einbeziehen und da auch mal vielleicht eine umfrage starten gucken dass da so rauskommt ja doch das ist das na ja so sehe ich das nämlich auch so ein bisschen smiley also ich bin also sorry also ich sehe es auch eher so dass es nicht unbedingt sein muss aber man halt wirklich dann auch viel vorsichtiger spielt ja dass man halt vorsichtiger sein muss gut ich sage denn man könnte es in dem sinne ändern indem man weiß ich nicht hier wirklich jetzt sage ich mal eine tonne an oder den zombies höher macht den zombies born höher macht dass es mehr zombies sind dass die zombies mehr schaden machen aber dann hast du auch wieder leute die wahrscheinlich dann rummeckern weil die zombies zu viel schaden machen und es gibt halt leute die wirklich immer in allem irgendwas auszusetzen haben und das finde ich halt schon manchmal auch ein bisschen schade naja ich habe da mal ein server da muss ich ganz ehrlich sagen da bin ich sogar schon fast verzweifelt und ich spiele ja schon ewig da konnte auch eine schusswaffe haben wenn du wolltest du hat es da echt die art karte also selbst wenn du eine schusswaffe hattest hättest du die nicht benutzt weil es sind wirklich irgendwie horden auf dem server gewesen das heißt irgendwie ich weiß nicht wie derjenige das eingestellt hatte wenn du über den server gelaufen bist und es waren dann mal zombies da oder so und das war nicht selten also die sind alle paar minuten gespawnt auch relativ nah bei einem oder du hast dann plötzlich in so eine horde drin gehangen dann hast du aber wirklich so weiß ich nicht 20 30 zombies die um entweder vor dir waren um dich rum waren oder sonstiges und wenn du auf einen geschossen hast hast du meistens alle gehabt das war schon nicht schlecht ich sage da habe ich auch wirklich waffen gehabt schusswaffen und ich habe sie nicht einmal benutzt also ich habe dann wirklich eher hier so armbrust oder auf pfeil und bogen gegriffen um die viecher leise zu killen damit sie nicht wirklich soll ich jetzt mal zu mir kommen und mich platt machen also das war echt schon der hammer und vor allen dingen ich sage die haben dann auch meistens nicht schlecht der match gemacht also es war einer der ersten server wo ich echt schon bald verzweifelt bin weil ich so oft gestorben bin ich war schon nicht ohne also ich sage man kann es echt extrem einstellen das ist schon herausfordernd wird ne dann passt du automatisch auf dann weiß ich nicht möchte sogar kein pvp server mehr da drin haben weil ich glaube wenn du so viele zombies und was weiß ich nicht alles hast und kriegt dann noch pvp dazu oder so ich glaube dann hast du eh verloren so hier ist doch aber noch irgendwo ein großer oder das ist ist ein großer stock ein großer stock eigentlich glaube ich so ach du scheiße ja super die metallsäge hat es dann jetzt auch gleich hinter sich so ich werde auf jeden fall jetzt noch den frauen hier bauen und dann mal gucken da genau ich wollte noch einmal zusammen kloppen hier und dann ja mal gucken falls mein sohn nachher da ist oder so ich weiß aber nicht glaube er nicht dass ich dann live gehe aber ich werde es vielleicht mit meinem sohn hier noch zu ende bauen dass wir hier ein stück einreißen den rest dann irgendwie war sie nicht ist langsam ja 28 6 das heißt acht stämme werden es so 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 ich muss noch mal kurz warten hier nochmal wo ist denn da aber wie ihr seht hier ich habe eine frau ist dabei mit drei magazin also also es wirklich mal zu einer schießerei kommt wie gesagt würde ich mich auch wehren aber hat ist halt mal bei mir nicht mehr so war sie nicht nicht mehr hauptgrund des spiels nur noch hier rumzulaufen und zum ballern so 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 naja das ja ja vor allen dingen auch so eine zombie horde wenn du siehst vorher früh genug oder sonstiges kannst du es auch umlaufen gut bei dem einen server war es halt immer ein problem wenn die umlaufen hast hattest du dann meistens an der gleichen stelle oder da wo du umlaufen bis kurzes stück später schon wieder direkt neue stehen das war manchmal dann schon fast nervig aber irgendwie auch lustig aber ich sage im prinzip hast schon recht man kann zombies umlaufen und ja wenn du nur pvp hast dann ich sage aber es gibt ja halt leute die es dann wirklich übertreiben müssen oder so und jeden einfach nur noch abpacken wollen oder sowas aber ich sage da sind halt viele spiele auch anders also ich würde ja zum beispiel auch wenn ich jemanden erschießt es zum beispiel auch wenn er auf mich geschossen hat und ich würde zum beispiel ja ich würde zwar gucken was an zeug tat ich würde ihn auch ausziehen damit sein zeug nicht dies bond oder so mit seiner leiche aber ich würde zum beispiel wirklich nur sachen nehmen die ich zum beispiel brauche was weiß ich zum beispiel wenn er munition für meine waffe hat würde ich die nehmen oder so oder allgemein die munition einfach mitnehmen damit dann nicht wenn er wieder da ist auf mich schießen kann es gibt ja auch leute die zum beispiel was weiß ich meinen ja wenn ich jetzt jemanden getötet habe ich brauche das zeug nicht ich zerstöre einfach dem seine ganzen sachen und zerschneide klamotten oder so da frage ich mich wofür was hat man davon es gibt auch ich weiß nicht ob es den back immer noch gibt aber wir haben es früher zumindest so gemacht auf den alten server wo halt auch wirklich viel pvp gespielt haben wenn die leute halt gestorben sind wir haben die wirklich auch ausgezogen solange du in der nähe bleibst zum beispiel die spawnen das zeug ja auch nicht wieso habe ich jetzt eigentlich so viele brettern noch was habe ich denn da eben ausgerechnet keine ahnung irgendwas falsches anscheinend aber es gab zum beispiel oder es gab mal eine zeit lang wenn du doch schnell wenn du zum beispiel gespawnt bist und bist dann wieder gestorben dass da nur plötzlich die leiche weg war und auch das zeug weg war deshalb wenn ich sage also ich kenne es also noch von den anderen servern oder von vielen servern das ist halt immer so war wenn du gestorben bist du wiedergekommen bist und dann noch mal gestorben bist dass die leiche des bond und meistens war dann auch das zeug mit weg deshalb haben wir meistens die leute ausgezogen und sind dann halt irgendwo in der nähe geblieben oder so ich habe wir haben es auch schon gehabt wir haben blaupausen gesetzt wenn die leute gesagt haben die haben ihr zeug nicht wiedergefunden und mal hingefahren und haben denen sogar noch durch die blaupause dann zeigen können wo das zeug von denen war oder so wir haben es auch schon gehabt da kann ich mir auch noch dran erinnern irgendwie wert mit einem groß also unser squad hatte mit einem anderen großen squad eine schießerei und so es war halt dunkel es war nacht man konnte kaum was sehen und wir sind dann irgendwie mit allen leuten die halbe nacht in game irgendwie durch die gegend gelaufen um das zeug von denen versuchen also es war schon irgendwie ulkig oder auch unser zeug das ist dann auch schon immer so weiß ich nicht irgendwie eine lustige sache wenn man dann ja so erst weißt du erst beschießt du dich und dann ja also trotzdem mit den leuten noch kontakt weil man dann zusammen das zeug sucht dann hat man seinen spaß und also es gibt schon auch schöne momente ins gang und schöne ja eigentlich auch momente wo man leute kennen lernt oder so das ist halt ja eigentlich ein super spiel was wollte ich jetzt ach so aussteigen wollte ich genau ja ich sag ja man man wie gesagt der server ist jetzt gerade mal den habe ich eben was haben jetzt februar im dezember glaube ich habe ich den aufgemacht so just verfahren einfach das war ich nicht ich habe halt auch vielen servern gespielt habe auch auf vielen servern gestreamt und war auch eigentlich auch servern glücklich aber hatte eigentlich an jedem server was zum aussetzen also auf dem letzten server wo ich gespielt habe das war so eigentlich auch in ordnung auch das pvp pv verhältnis und die leute waren in ordnung aber es gab definitiv keine menschen auf dem server und server ohne mech ist weil sie nicht das ist für mich kein scum also wenn das das ist wie so ein bot server oder so wurde einfach in die bunker oder die aus zeug bestellen kann so wenig im bunker gehen kann ohne angst haben zu müssen den lud nicht rauszukriegen denn ich habe wenn ich unvorsichtig dann laufe ich rein dann kiel ich die zombies und wohl das zeug raus fand ich langweilig also man sollte schon wenn man in die bunker läuft aufpassen auch gucken wie die menschen und dann eventuell weggeschossen werden zu können oder sonst was ja der pilz für den neuling wird wahrscheinlich dann der giftige sein wo man dann den horrortritt kriegt habe ich ja auch mal ein video zu gemacht als die rauskamen also die 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 pilze sind echt manchmal heftig und Das ist so. so ja und wie gesagt das war dann irgendwie so der grund warum ich dann irgendwann mal gesagt habe so ich mache mir dann jetzt doch einen eigenen server an den dann vielleicht so einstellen wie ich das möchte und er wie gesagt ich bin auch eigentlich nie davon ausgegangen dass der server innerhalb so kurzer zeit so viele spieler hier drauf hat das war echt ja doch schon heftig muss ich ganz ehrlich sagen also damit hätte ich nie gerechnet obwohl war sie nicht das ist gerade irgendwie auch wieder das ist auch blöd was ich hier vorhaben obwohl hier kommt man nicht drunter das ist gut eigentlich müsste jetzt mal aus wo ich will jetzt mal ausprobieren wo ja es hängt schon wieder an zu regnen kacke mir so hier käme man hier kommt man nicht durch das heißt wenn ich den zaun so ziehen würde und hochziehen würde könnte man zwar reingucken und uns zu gucken aber man käme nicht rein mit dem blut und dem nichts ja erst fragwürdig aber was hat ja das ist das halt wenn du wirklich die ganze zeit oder wenn du einfach nur in die bunker laufen kannst oder sonst was ohne weiß ich nicht es kann ja auch mal passieren dass wenn du auch wenn du gut bist und und weißt wie die mechs laufen oder sonstiges kann es trotzdem ja mal sein dass der dass der mächtig da einfach weg ballert weil er dich vielleicht gerade gesehen hat weil er plötzlich dann doch meint er müsste dich jetzt töten oder was auch immer und dann kannst du vielleicht auch mal gut verlieren oder du verlierst mal irgendwo mit mitten auf einem platz wo du gar nicht mehr dran kommt das ist nämlich das genau so sehe ich dass sie mich auch smiley wenn wenn du einfach tagtäglich in den bunker laufen kannst also das haben wir mal gemacht wir haben das auto vorne im bunker stehen gehabt sind reingelaufen haben den bunker leer gemacht haben eine halbe stunde gewartet oder eine stunde wie bisher respond ist sind dann wieder in dem bunker haben den wieder leer gemacht sind wieder zum auto wir waren innerhalb von weiß ich nicht ich glaube das war mal an einem wochenende also es haben nur mein sohn und ich probiert wir haben das ganze wochenende da gelootet und wussten nachher nicht mehr wohin mit den waffen mit der munition und und wir hatten so viel an zeug also wir hätten damit weiß ich nicht fünf jahre zehn jahre krieg führen können oder so deshalb und ich finde wenn man waffen aus einem bunker holen will oder was auch immer aus dem bunker holen will muss man halt damit auch rechnen geschossen zu werden weil wenn du wirklich innerhalb von weiß ich nicht vier oder von von zwei tagen an dem wochenende oder so komplett zu gelootet bis und alles hast oder so dann hast du keinen bock mehr zu looten dann hast du keinen bock mehr weiß ich nicht vielleicht was zu bauen oder so dann nimmst du dir dann einfach deine waffen fährst durch die gegend fax die leute ab indem du sie einfach umlegt oder sonstwas ich sage genau so haben wir das ja früher auch gemacht wo halt auch noch nicht so das bauen wie es jetzt ist drin war da haben wir früher als quad haben wir komplett unser unsere base gebaut jeder hatte eine kabine dann haben wir ein mauer drum herum gebaut und die ein bisschen befestigt so dass nicht direkt jeder reinkam und was weiß ich nicht was das hat vielleicht eine woche gedauert oder so und ja nach der woche immer dann lupen gegangen was dann wirklich sage ich mal ein paar tage gedauert hat dann war unsere base komplett voll also werden so ein komplettes diese große kabine hatten wir früher oder dieses große haus hatten wir früher als zentrallager das war nach einer woche rappe poppe voll mit allen waffen mit munition schränkeweise voll und ja dann dass man dann keinen bock mehr hatte irgendwas überhaupt noch in game zu machen war logisch ja dann haben wir uns wirklich tagtäglich munition mitgenommen gillis mitgenommen sind dann rausgefahren und haben dann wirklich die leute weg gepustet weil uns einfach nur noch langweilig war weil man nichts mehr großartig machen konnte aber heutzutage kann es ja wirklich viel machen mittlerweile im game und ich sage du kannst ja mittlerweile bauen verschiedene sachen bauen wir ja bei mir jetzt auch schon ein paar mal gesehen habt ich habe das da oben fertig gehabt hat mir nicht mehr gefallen weil ich eigentlich immer schon größer bauen wollte und viele gesagt haben ja du kannst dich größer bauen sollte nicht und bla wo ich erst mal drauf gehört habe jetzt habe ich mir gedacht weißt du was ich baue einfach mal größer weil wie gesagt ich habe gedacht mein sohn spielt nicht mehr mit aber der spielt jetzt nur noch anscheinend ab und an mal mit deshalb habe ich das jetzt hier so gebaut es soll da noch ein paar etagen hoch ich möchte mal gucken wie hoch ich den turm gebaut kriege übrigens turm gebaut kriege das hätten gerade eigentlich wollte hier noch die leiter weiter bauen ja ich möchte einfach mal gucken wie wie hoch zum beispiel es geht und sowas und ja dann und wenn es mir nicht gefällt weiß ich nicht vielleicht reise ich die base dann wieder ab und warum wir dann wieder eine komplett neue base oder ich baue einfach ein teil ab und bau wieder neu woche drei stücke und ein baum stamm und auch das ganze zeug hier zum beispiel auch komplett ab zu graden auf weil sie nicht auf was ich vielleicht abreden möchte aber ich weiß jetzt schon dass es ziemlich hart werden wird nur alleine alles erst mal komplett auf volks aufzugreifen also ich sage ich habe bis jetzt nur hier die außenwände gemacht aber ich würde gerne die inwände noch upgraden und was weiß ich nicht alles und ich hatte ja mal gesagt als ich hier angefangen habe auf dem server ich würde gern so die komplette untere etage also erdgeschoss und 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 würde ich gerne auf höchste baustufe upgraden auch wenn wenn es nicht muss oder so oder wenn man es eigentlich nicht muss weil wofür auch ich bin hier in der pv zone es ist kein muss aber ich würde einfach gerne mal wissen wie lange oder wie heftig ist das wenn man so eine base außen bauen würde die komplett abzugreifen ich meine aber drüben schon gekotzt als ich da schon auf metall abgegradet hat wie heftig das eigentlich schon war und das nur die untere etage dann möchte ich nicht wissen wie wie das für eine komplette bases oder so und vor allen dingen was weiß ich wenn man als einzig spieler das macht als quad geht es wahrscheinlich noch schneller ja das ist auch noch eine herausforderung die ich habe ich möchte auch gerne ins kraftwerk aber das problem ist da habe ich halt das problem ich kriege also ich meine es geben für mich gibt es kein problem ich könnte ja einfach sage ich jetzt mal mir so ein scheiß teil sporn und sagen so ich gehe jetzt da rein will ich aber eigentlich gar nicht weil wie gesagt ich möchte ja einfach so spielen wie andere server andere server andere spiele auch also das heißt ich möchte mir jetzt hier kein zeug sporn damit es halt schneller geht oder sowas und das ist halt das problem ich würde gerne mal das kraftwerk von innen sehen und da auch durchlaufen und das weiß ich nicht was aber dafür müsste ich erstmal strahlenschutzanzug finden den ich zurzeit aber nicht finde weil die anscheinend nur in den bunkern sind und leider auch nicht mehr mit brecheisen aufgeknackt werden können sondern nur noch mit 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 dietrich also dass man den knacken kann und ich bin nicht so der knack profi deshalb suche ich jetzt erstmal eine ganze zeit lang rote dietrich bis ich dann vielleicht mal genug habe um irgendwie so ein scheiß zu machen ja das mit dem ohne rein ist auch gut ja dass das habe ich versuchte schnell ich hab das mal als das zeug rausgekommen ist habe ich ja youtube video gemacht davon und habe mir gedacht naja gut kommt es schnell mit dem auto dadurch und dann passt das schon irgendwann bin ich mit dem auto durch bin dann irgendwo hingefahren oder so ich bin noch nie mal ausgestiegen bin nur mit dem auto durch und plötzlich dachte ich warum blutet mein charakter ich habe da gar keinen zombie kontakt gehabt oder sonst was er bis mir dann irgendwann aufgefallen ist dass ich dann total verstrahlt war und schon im sterben lag und was für sich nicht alles ist okay super also es war schon lustig so ein bisschen weil eigentlich habe ich ja gedacht ja ich weiß ja auch von der feuerwehr her und was weiß ich nicht was dass wenn man eigentlich durch so ein gebiet durchfährt und man keinen anzug an hat dass man auch verstrahlt ist aber ich hätte nicht gedacht in dem moment dass es halt im spiel auch so realistisch ist also von daher ja in den bunkern in den schränken soll das ja auch sein aber die die kriegst du also ich habe letztens war ich habe zwar nicht weiß gar nicht was du dabei smiley also ich meine im stream da habe ich zwei oder drei bunker gelootet in dem einen bunker konnte ich komischerweise die schränke wo die anzüge drin sein sollten konnte ich mein brecheisen öffnen in den anderen beiden bunkern konnte ich zum beispiel nicht da stand dass das nicht mehr im brecheisen geht sondern dass man die die nur knacken kann oder so in dem sinne wo ich mir auch gedacht aber ernsthaft kann man nicht sein also es ist halt wirklich ziemlich merkwürdig immer genauso wie zum beispiel vorhin als ich ja wo bin ich denn ich glaube ich bin ja hier irgendwo lang gefahren weil bin ich hier lang gefahren oder bin ich darüber gefahren ich würde ich glaube ich bin hier lang gefahren über die b0 linie weil ich ja zum schritt platz wollte und war ja auch schon so ein bisschen angestrahlt oder so wo ich auch nicht wusste dass die entfernung hier schon also eigentlich ist der komplette c0 sektor denke ich mal dann schon verstrahlt was ich zum beispiel vorher nicht wusste also ich sage man lernt hier komischerweise nie aus und ja ich sage im prinzip ich könnte sagen weißt du was interessiert mich alles nicht und ich brauche mir jetzt einfach so ein anzug damit ich da rein kann aber nie das möchte ich nicht weil das als ich habe da so die viele würden es wahrscheinlich machen okay dass die anders aussehen da habe ich jetzt nicht darauf geachtet wenn ich ehrlich bin ja aber es gibt ja zum beispiel auch viele server betreiber oder auch admins oder sonstiges die denken sich ja ich bin ja admin ich kann mir den scheiße spawnen das war aber auch nicht meine ambition zum beispiel um den server aufzumachen also ich meine wir auch hier seht ich habe hier keine admin rechte ich möchte hier auch keine arten rechte haben das ist mein spiel ich habe ein zweiter der dann wirklich auch als admin nur genutzt wird den den spiel ich zum beispiel auch gar nicht oder vielleicht mal wenn wir irgendwann mal events hier auf dem server spielen dann vielleicht und ich möchte mir auch gar keine sachen spawnen oder so also ich möchte das ist ja wenn wenn ich irgendwie was spielen will wo ich mir zeug spawnen könnte könnte ich auch singleplayer spielen oder so aber ich habe mir gesagt wenn ich den server hier mache ich möchte genauso wie alle anderen der spielen oder auch ich möchte verspielen ich möchte mir nichts looten oder droppen können nur weil ich es kann sondern ich habe ja spaß an dem spiel und spiele es weil ich ja spaß daran habe zu looten die herausforderungen liebe sage ich jetzt mal wie zum beispiel den strahlenschutzanzug strahlenschutzanzug zu finden oder sonstiges und ja naja das könnte natürlich auch sein ja nur das problem ist kommst du auch rein und raus mit dem anzug oder stirbst du unterwegs und der anzug hängt dann auch wieder da drin das wäre dann vielleicht auch noch eine möglichkeit dass du zwar rein kommst den anzug findest den dann anziehst und versucht rauszulaufen und weg nach draußen schon wieder krepiert und dann muss ja schon wieder irgendwie rein um den dann zu holen weil wenn du pech hast je nachdem wie stark vielleicht die strahlung das schaffst du es gar nicht mehr raus oder so aber das wäre dann vielleicht auch noch eine möglichkeit ja okay ich sage ich weiß auch dass ich irgendwo ich weiß nicht ob hier oder bis oben noch in der base habe habe ich sogar ein geigerzähler den habe ich mir letztens mitgenommen ich wollte eigentlich mal gucken was der an kohle bringen würde aber den habe ich irgendwo noch rumliegen glaube ich so da geht es übrigens rein er bei sache wie es eben doch schon sagt ich kenne halt auch viele leute die server admins sind oder sonstiges und weiß ich nicht nur weil sie admins sind meinen die könnten sie oder die müssen sich das zeug dann spawnen oder sonstwas das ist genauso wie das gartenzeug ich hätte mir das alles spawnen können ich bin aber jedes mal zum händler gefahren und das sogar im stream oder im video oder sonstwas und hab das zeug da geholt und ich sage ich mache ja eigentlich alles nur noch so mehr oder weniger im stream oder in den videos um den leuten halt auch zu zeigen dass ich nicht wirklich mir irgendwas droppe oder sonstwas und die sache ich möchte ja auch gar nicht mir irgendwas droppen oder bescheißen oder sonstiges ich möchte das spiel so spielen wie es ist ja da zum beispiel ja das mache ich ja dann auch smiley wenn wenn ich zum beispiel irgendwas nicht weiß was weiß ich beim bauen oder so ob das passt oder sonstiges sondern gehe ich halt auch in single player und guckt dass ich das zeug dann im single player ausprobieren so im übrigen kann ich das ding jetzt mal dahin machen das ding da hoch dann ziehe ich das rüber weil ich habe ja von irgendeinem netten spieler aus der community ich weiß immer noch nicht wer es war ich habe auch vergessen am namen zu fragen in geilen hallo wo ist das teil jetzt hin wenn es mein gilioberteil weg ist drehe ich am rad ach nee da ist es in gott sei dank habe ich das gilioberteil geschenkt bekommen fand ich super toll super nett und dafür auch noch mal vielen dank wer immer das war merito nicht nur dich das ist eigentlich war das mal die zwei hier weil deshalb stehen ja auch in der garage waren eigentlich nur so als ankunftsschrank gedacht das heißt wenn ich vom vom muten zurückkommen als auto volles oder sonstiges ich da alles reinpacke und dann anfangen das sind die schränke zu sortieren ja die hosen habe ich leider wirklich auch viel zu viel die kriege ich auch fast andauernd oder halt weiße oberteile habe ich jetzt glaube ich auch schon drei oder vier von aber irgendwie leider von der tarnjacke habe ich leider noch kein oberteil gehabt und das habe ich wie gesagt jetzt von einem spieler hier auf dem server geschenkt bekommen fand ich wirklich nett aber was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte merito ist eigentlich war das hier nur als ankunft gedacht dass ich dann in der ruhigen minute vielleicht auch offline wenn ich dann nicht im stream werden oder so und die leute mich langweilig dass dann alles weg sortiere aber wie du siehst ich bin nicht wirklich zu irgendwas gekommen ich habe da noch einen schrank stehen und hier oben ist leider auch alles da stehen noch zwei schränke die ich dann irgendwann mal gebaut habe und der rest ist komplett leer weil ich eigentlich bis jetzt damit beschäftigt war die base zu bauen hier unten ab zu graden ich habe es ja hier unten schon auf metall geschafft und hier das ist das die letzte ausbaustufe zumindest eine wand habe ich geschafft mit der letzten ausbaustufe und den rest habe ich mich halt wie gesagt darum gekümmert und ja wollte jetzt irgendwie nicht mehr und ich sage dann als ich dann soweit jetzt hier war mein sohn mir sagte ich habe eigentlich gar keine lust mehr und gar keine zeit mehr im moment habe ich mir dann gedacht ja gut wenn der nicht mehr mitspielt und ich eh nur die kleine hütte ab und der sich nichts eigenes bauen will oder nichts mehr bauen will dann baue ich mir da hinten was großes direkt ans wasser habe auch die fahne mittlerweile umgebaut und habe jetzt erst mal angefangen das hier zu bauen okay wir haben eine lagerhalle mit schränken für toolbox werkzeug baumaterial waffe und im haus dann schränke für essen rucksäcke kleidung und im schrank in den mess ist dann schön und und so in reihe und das gilt es wir tragen keine hosen okay ja da steht gelöscht von mir ich weiß nur nicht warum weil ich habe nichts gelöscht kann sein weil was sie nicht so siehst du so kann ich es wieder zumindest für mich sichtbar machen anscheinend im schrank ist dann schön runter zu in rein rein acht ihr habt die kills an okay ja ja das war irgendwas von dem bot der sagt dann zwar immer dass es von dass ich das gelöscht habe ich weiß nur nicht warum weil ich habe die nachricht erst gar nicht gesehen ich habe es erst gesehen als es dann da gelöscht stand manchmal löscht mein bot ohne sinn und verstand ich weiß nicht warum vielleicht waren dazu viele commas drin oder ich kann es dir nicht sagen weil ansonsten steht ja ich denke mal es waren vielleicht zu viele kommen ich weiß es nicht ich kann es dir nicht sagen also ich habe auch schon von von früheren als ich noch abends gestreamt habe und so da sind auch ganz viele nachrichten gelöscht worden wo nichts böses drin stand oder so und ich mich dann auch schnell mal gefragt habe okay deshalb ich weiß es nicht manchmal auch fluch ich den bot ja du sollst mich auch nicht anschreien der tote deshalb mag der keine großschreibung wer mich anschreibt schreibt noch direkt gelöscht nee weil ich weiß nicht warum er das macht keine ahnung und das heißt ich müsste dann jetzt hier zu machen hier dann so zu auf jeden fall ne so ist falsch oh gott warum ich verstehe das nicht so hier dabei 0 7 und da ist der winkel so da ist null das ist wirklich er macht keinen nuller winkel mehr das heißt ich müsste da war das ist so floh wir reißen jetzt ja ab wo ist er denn nicht da ich glaube das noch gar nicht zu hause das noch auf arbeit so also von hier aus würde ich auf jeden fall abreißen und dann bis hier hinten wahrscheinlich neu bauen und da müsste man mal gucken dann kann der floh hier notfalls seine garage noch neben bauen er könnte vielleicht auch er die garage muss auf jeden fall daneben bauen weil die müssen wir hier weg reißen vermute ich weil das passt sonst alles nicht aber ich habe keine ahnung ja und ich hatte wie gesagt in letzter zeit oder dass die letzte zeit habe ich hier in der ecke meinen mein garten beet was dann halt auch ein bisschen doof war weil der baum immer schatten macht und dann hatte ich sogar den busch hier in meinem beet das muss ich immer weg kloppen weil ich vergessen habe das dann dings war so könnte man dann eventuell dahinten blumen bild hin machen irgendwo also ich werde ja hier kann ich mein beton nicht hin machen fällt mir gerade auf da kommt mein auto immer raus ich werde schon irgendeinen platz finden wieso schon wieder neu bauen wir reißen nur ab und bauen um ich brauche nichts mehr neu nur wir machen jetzt halt wie gesagt hierzu so komplett bis oben weil der floh will jetzt doch ab und an wieder bauen nein spielen das heißt der will da oben ich wollte ja das haus oben abreißen hätte ich mal besser gemacht dann hätte der floh jetzt selber bauen müssen und dann müssen wir da halt ein bisschen bauen und dann da hoch nee nicht bei bei wänden die wände reißen immer nur stückchenweise ab das ist der vorteil und ich darf nur noch 52 teile bauen dann ist feierabend das heißt das hier ist eh zu groß und ich habe mir eigentlich gedacht wenn floh wirklich das ding hier haben möchte und und dass wir dann halt die zwei basen verteilt verteilen ist gut dass wir die zwei basen verbinden nicht verteilen verbinden so wollte ich sagen aber wie gesagt von hier hier aus ja ansonsten müsste man eventuell das ist halt der nachteil ja was wollte ich jetzt sagen was so genau wenn wir hier das nämlich dann weg reißen weil das brauchen wir ja nicht so breit wir bräuchten ja eigentlich nur von hier aus dann da runter so das heißt wir könnten dass da alles weg reißen wäre das auch ein bisschen schmaler und das wäre dann nur ein schlauch oder sowas aber da müssen wir erstmal gucken und ich habe ein floh halt gesagt wenn er die garage da abreißen würde und hier hin bauen würde könnte er die ausfahrt hierhin machen und wir könnten entweder da auf der seite oder da auf der seite dann tor für die ausfahrt machen weil ein tor für die ausfahrt muss ja auf jeden fall sein weil sonst komme ich irgendwann nicht mehr raus doch ich kann das umstellen ich habe es ja sogar schon so hoch gestellt dass man 700 teile bauen kann also ich glaube allgemein die elemente ich glaube wie waren dass ich glaube 200 oder so kann es nur als ich glaube 200 sind komplett nur so eingestellt und ich habe jetzt schon eingestellt dass 500 für jeden da sind und wenn man ein squatter zum beispiel pro squad member noch 100 deshalb können wir 700 bauen also ich könnte jetzt auch hinschreiben was weiß ich 1000 dinge oder sonst was nur ich denke mal wenn man zumindest jetzt bei uns 700 stück das ist schon relativ viel und wenn hier wirklich jeder so riesen teile bauen würde auch auf der ganzen map oder sonstiges würde vielleicht ich denke mir immer die die entwickler haben das gemacht wegen der server stabilität und wenn man das halt zu hoch stellt könnte es natürlich sein dass der server irgendwann vielleicht an seine grenzen kommt oder so ist meine vermutung deshalb habe ich das jetzt nur so für einzelspieler auch so komplett auf 500 hochgestellt bei 500 ist ja eigentlich schon recht viel und davon abgesehen wenn ihr die allein in squad macht wurde nur alleine drin bist hast du noch mal 100 das heißt du kannst schon mal 600 teile bauen ist eigentlich auch schon eine hausnummer obwohl wie gesagt ich glaube nur 200 server seit ich von von anfang an da sind weil sonst hätten so riesen basen hier gar nicht hingepasst oder werden gar nicht möglich gewesen und da ich ja wusste dass ich ein bisschen ja ich will jetzt nicht sagen geisteskrank bin aber doch ein bisschen was mit bauen ausprobieren wollte und das auch ein bisschen übertreiben wollte hatte ich von anfang an gedacht ich ziehe das halt ein bisschen hoch und ich sage wenn ich die ganzen teile auch noch alle upgraden möchte ja das wird noch ein hartes stück arbeit so und wie gesagt ja das wird hier zugemacht da wird zugemacht und dann werden die beiden basen verbunden irgendwo hier an der seite ausfahrt vielleicht sogar auf beiden die eine als einfach die andere als ausfahrt oder so aber am besten irgendwo vielleicht nicht hier die seite vielleicht nehmen wir doch die andere seite ich weiß es noch nicht weil ich sage ich habe hier letztens ich weiß immer noch nicht wie ich das geschafft habe mein wolfswagen versenkt da hinten im see bin von da oben hier runter gefahren gekommen und uhr plötzlich ja gut ich war ein bisschen schnell aber es ist ja kein stein sichtbar oder sonst was nur plötzlich hat das auto halt überschlagen vielleicht war es auch der hugel da hinten hat sich überschlagen ist hier an meine base gerutscht wirklich auf den kopf hat sich dann wieder zurück überschlagen der richtung auto richtung richtung wasser war im wasser und ich wollte gerade rausfahren ja bin ich aus dem auto raus und auto war kaputt war ein bisschen doof oh ja märit das kenne ich auch da gibt es sogar bei mir ich weiß nicht ob es das immer noch gibt da gibt es sogar ein clip von als ich über die brücke z3 a3 fahren wollte entweder ist da irgendwas nicht geladen worden oder ich weiß nicht was es war auf jeden fall nur plötzlich ist mein auto auch hat sich überschlagen ist von der brücke abgehoben und hat sich im augen dann bin ich im wasser wieder aufgetaucht bin da eh bald ersoffen musste mein halbes zeug was ich anhatte noch alles wegschmeißen motivationsbeschleuniger grüß dich moin ja auf der a3 war kein stau da bin ich geflogen das war nicht so witzig ja wie gesagt bin dann halt dann ja mit meinem auto voll loot und 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 in den fluss gehüpft und das war ich schon frustrierend im nachhinein beim anschauen war es dann schon lustig aber im ersten moment war es so was von frustrierend echtes komplette auto voller loot und 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 von der flutur zurückgekommen und alles verloren es war zum kotzen aber gut ist kam es oder die access man weiß dass sowas passieren kann ich sehe das sind halt immer so verschiedene sachen so jetzt muss ich noch mal kurz gucken was man sagen meine schuhe 81 prozent ok noch ein bisschen reparieren welches zeug nutzten da gerade das hier ja das so ich finde es auch okay also ich sage wenn es gibt ja auch viele leute die damals immer gesagt haben ich wäre ja so scheiße weil ich ja nur über das spieler meckern bin und bla dann soll es halt nicht spielen ganz ehrlich das ist bei mir eigentlich kein meckern weil wenn ich das spiel scheiße finden würde zum beispiel und das nicht spielen wollen würde würde ich nicht drüber meckern sondern würde sagen ja spiel ist scheiße und wird es nicht mehr spielen ne also ich mecker zum beispiel manchmal über das spiel weil ich es richtig geil finde und ich weiß dass es noch eine early access ist aber deshalb darf man ja trotzdem vielleicht mal ab und an meckern das heißt ja nicht dass ich das spiel scheiße findet vor allen dingen wenn ich das spiel scheiße finden würde hätte ich nicht fast viereinhalb tausend stunden oder so dann hätte ich schon lange aufgehört zu spielen oder hätte mir jetzt nicht auch noch ein server gemacht oder sonstwas von daher ich sage ich finde es also auch richtig super moin emil grüßte ich ja noch bin ich da aber auch nicht mehr wirklich lange nee das stimmt vor allen dingen ich habe ja mittlerweile auch kontakt zu den daves und über über discord und so ich schreibe da auch schon mal ich habe auch hier mit ich weiß nicht wie er heißt ich vergesse immer wieder den namen auf jeden fall der ist für die bugs und sowas zuständig dem habe ich auch schon ausschnitte aus meinem video geschickt oder aus meinem streams oder so und habe gesagt hier mal guck mal da und der bedankt auch jedes mal und manchmal habe ich so das gefühl es wird auch was dran getan aber dass die nicht immer alles direkt auf einmal beheben können ist ja auch normal aber die sind halt auch darauf angewiesen auf feedback und 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 weil ich weiß halt immer noch nicht und das muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß nicht was denen ihre tester da treiben ich scheinen das spiel nicht zu spielen oder haben irgendwie weiß ich nicht ganz andere prioritäten vielleicht nur aufs pvp oder so aber es gibt so viele bugs die halt nichts mit pvp zu tun haben ich weiß nicht ob die nicht gemeldet werden von den beta testern oder alpha testern oder was auch immer ich finde es halt ein bisschen schade ja da stark stimme ich dir sogar recht motivations beschleuniger aber ich finde also wenn man von anfang an weiß dass es eine early access ist kann man sich ja selbst entscheiden ob man das spiel kaufen möchte oder nicht was ich viel schlimmer finde sind so manche spiele hersteller die wie ubisoft oder sonstiges die halt angeblich fertige spiele rausbringen du dir die dann kaufst und denkst okay die könnte eigentlich nochmal so ein jahr auf zwei vielleicht in der entwicklung verbringen weil das spiel total scheiße ist oder so also ich meine das hat sich ja leider in den letzten jahren immer wieder so rauskristallisiert es werden spiele rausgebracht die dann total verbuggt sind oder sonstiges super die dann total verbuggt sind und wo man nichts machen kann also ich meine ich habe damals ich weiß nicht mehr von wem das spiel war ich glaube askaron oder sowas ich weiß nicht ob den den entwickler noch jemand kennt die haben damals den fußballmanager rausgebracht und ich habe da zig teile von gespielt und dann haben sie irgendwann einen teil rausgebracht ich glaube 456 keine ahnung da habe ich richtig geld für gelatzt damals ich glaube 50 oder 60 mark was das waren und ja das spiel kam das spiel war unspielbar es war total kaputt defekt es war nicht spielbar ein monat später haben sie dann irgendwo bekannt gegeben ja das war wohl ein fehler bei der pressung und 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 also wenn man das alte spiel zurückschicken würde und nochmal 20 euro dazu packen würde dann könnte man ein komplett neues spiel haben wo ich mir nur gedacht habe ganz ehrlich ihr könnt mir am arsch lecken ich schmeiß den scheiß weg und ich gebe euch gar nichts mehr und von mir kriegt ihr auch nie wieder geld und anscheinend haben so auch viele andere spieler gedacht denn das unternehmen ist kurze zeit später pleite gegangen aber ich sage ja sowas hast du ja auch bei ich weiß es nicht was was war es denn zum beispiel cyberpunk am anfang auch bugs und fehler ohne ende drin wo ich mir gedacht habe leute so könnte das spiel nicht rausbringen ich habe es eine ganze zeit lang nicht gespielt ich glaube über ein jahr lang nicht vor kurzem habe ich mal angefangen es zu spielen läuft mittlerweile ganz gut sieht auch ganz gut aus ja bettelt viel 20 42 auch ich sage es gibt so viele spiele oder auch so viele große studios die den scheiß mittlerweile machen wo ich mir echt denke ganz ehrlich er macht eure spiele fertig und verkauft die dann bevor ihr so ein scheiß raus bringt da finde ich so ein scam sage ich mal tausendmal besser wo man von anfang an weiß gutes ist nicht fertig es hat bugs es hat fehler und wenn die das dann wirklich weiterentwickeln ja es ist schön und wenn sie es jetzt ich sag mal für mich jetzt ganz ehrlich ich habe damals ich glaube relativ wenig dafür bezahlt ich glaube 10 euro 15 euro oder so keine ahnung war halt noch ich sage ich habe bei 0 2 glaube ich angefangen zu spielen habe jetzt knapp dreieinhalb oder viereinhalb tausend stunden in dem spiel und denke mir wenn sie es jetzt einstampfen würden ich habe für das geld viel spielzeit gehabt und ja dann dann ist es halt so gebe ich dir vollkommen recht motivation zu beschleunigen oder motivation seven days to die habe ich ja auch gespielt oder spiele ich ab und zu auch immer noch denke ich mir auch es hätte wirklich großes potenzial da tut sich nur leider zu wenig outlaws auf der wild west habe ich auch das habe ich auch mal gespielt mittlerweile gar nicht mehr ja sehe ich leider genauso ich sage heutzutage aber das problem ist leider auch was ich heutzutage halt viel sehe ist es kaufen einfach zu viele leute also die 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 firmen oder auch die die spieleentwickler die können so viel scheiß machen bringen irgendein scheiß spiel raus alle beschweren sich und ja wenn das nächste spiel rausbringen kauft es doch wieder jeder nein emil glaube ich auch nicht aber es war jetzt so weiter als beispiel weil bei bei es kam wusste ich von anfang an es ist ein early access ich weiß nicht ob es irgendwann mal wirklich komplett fertig entwickelt wird habe aber so viele tausend stunden jetzt schon da drin und hatte immer spaß auch mit den leuten die hier gespielt habe und 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 da hätte sich das geld mittlerweile echt rentiert aber es gibt halt spiele die kosten 50 60 euro wurde die denkst warum haben die das rausgebracht wie zum beispiel cyber cyberpunk ganz am anfang warum haben sie das rausgebracht das hätte noch ein jahr auf zwei vielleicht in der entwicklung bleiben müssen es war einfach nur scheiße jetzt nach einem jahr oder so lange wie es draußen ist funktioniert mittlerweile und es läuft auch ganz gut aber da gibt es halt wirklich große spieleentwickler die mehr scheiße bauen oder zum beispiel schaut euch an was gab es ja noch vor laut vor laut ist rausgekommen war der letzte scheiß am anfang also jetzt hier das vor laut 76 haben sie jetzt auch mittlerweile zum multiplayer multiplayer game gemacht was ich auch total scheiße findet weil vor laut war immer ein single player titel ich habe mir dieses vor laut 76 auch nicht gekauft und ich sage das habe ich mir nie gekauft weil ich habe gesagt ich habe gesagt ich möchte das nicht als single player als 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 online mediaspiel oder sonstiges ich möchte das weiter als singlespieler haben wie alle anderen titel davor auch damit ist das game groß geworden und nicht mit multiplayer und ja jeder hat sich beschwert nachher haben es doch ganz viele leute gekauft dann haben sich ganz viele leute beschwert dass man urplötzlich ingame zahlungen machen muss um irgendwie was weiß ich besseren stuff zu kriegen oder bessere inventarplätze mehr inventar mitnehmen zu dürfen oder sonstiges wo ich von anfang an gesagt habe gott sei dank dass ich mir den schrott nicht gekauft habe und dann gab es jetzt auch wieder so viele aktionen von vor laut 76 wurde es günstiger kriegen konntest und 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 ich habe es mir einfach nicht gekauft ja ja ich sage ja also ich hole mehr vor laut 76 definitiv nicht ein multiplayer ist also vor laut ist für mich kein multiplayer das sollen weiß ich nicht ein spiel sein was nach einem atomkrieg spielt und 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 dann laufen da nicht 10.000 leute sage ich jetzt mal auf einem server rum und weiß ich nicht also wenn du nach so einer atomkatastrophe mal irgendjemanden irgendwann vielleicht mal sie ist dann hast du glück ich glaube nicht dass das viele überleben werden wenn ich ehrlich bin von daher war das halt nie ein spiel was ich gerne spielen wollte und auch nicht haben wollte ich habe es auch nie gekauft ich werde es nicht kaufen ich habe schon gesagt wenn es irgendwann mal ein fallout 5 oder so gibt was wieder als singleplayer gedacht ist das würde ich mir wahrscheinlich wieder kaufen weil die ganzen fallout singleplayer titel die waren gut da gab es auch keinen kaufe jetzt noch das damit du mehr inventar hast oder sonst was sondern ja das würde ich mir kaufen aber ich sage ich setze da echt prioritäten wenn irgendwas scheiße ist dann hol ich es mir nicht mehr ich sage also man kann das schon machen wenn es dann auch wirklich was bringt und sowas finde ich dann auch nicht schlecht aber ich sage von so großen entwicklern kann man echt mittlerweile manchmal ist noch enttäuscht sein und vor allen dingen das problem ist ja wie es ja eben schon gesagt habe die meisten leute kaufen dann trotzdem das nächste beste spiel wasser wieder anpreisen als wenn vorher nichts gewesen wäre oder so und das finde ich halt immer so ein bisschen schade genauso wie ich weiß nicht ob er denn den hype oder die nenne ich den hype den den der die ganze schlechte publicity jetzt mitkriegt oder berichterstattung hier über so day before sollte auch ein ja so eine art scam werden halt auch mit zombies und sowas aber mit ich sag mal triple a spiel oder sonst was fand ich geil sollte aber schon irgendwie im märz letzten jahres rauskommen ist dann auf märz diesen jahres verschoben worden und jetzt haben sie sogar schon wieder in november diesen jahres verschoben wo viele schon sagen das spiel existiert wahrscheinlich gar nicht und naja ich bin mal gespannt was da so passiert ja das stimmt motivations beschleuniger viele leute verstehen das auch nicht vor allen dingen ich wette mit dir auch in den nächsten wahlen wird wieder grün gewählt oder so die zwar angeblich eine umweltpartei sind aber dann jetzt gerade trotzdem scheiße bauen ohne ende so emil wird der turm mit dach meinst du den wachturm dieses moment ich denke mal du meinst wo auch immer der jetzt ist den gab es zumindest mal den hier meinst du wahrscheinlich nach den den hier ja das ist das ja aber vor allen dingen ganz ehrlich merit in vier jahren haben die leute das wieder vergessen und wählen den gleichen scheiß wieder ja emil dann baust du das ding daneben also erstmal brauchst du das teil in der wachtturm aus holz dann kannst du das teil dann da so draufsetzen wenn er fertig wäre also das teil hier das kann man dann da draufsetzen und wenn du das fertig hast nimmst du das hier als dach also du musst also diese drei teile hier bauen das ist der turm halt ohne dach so wie er jetzt hier als blaupause steht wenn du das dann gebaut hast musst du das teil noch draufsetzen dann ist es noch eine etage höher und dann das als dach obwohl ich weiß nicht muss ausprobieren habe ich noch nie probiert ich habe das halt immer eine reihenfolge gebaut ich weiß nicht ob du das teil hier also das dach direkt hier draufsetzen kann könnte funktionieren weiß ich aber nicht ja da ist aber recht motivationsbeschleuniger das habe ich auch schon so gesehen also wir sind schon so oft auch merkel hat ja zum beispiel damals so viel scheiße gebaut nach vier jahren haben die meistens wieder vergessen und wieder merkel gewählt wo ich mir gedacht habe es auch mal so dämlich kann doch kein mensch sein meret das weiß ich nicht habe ich auch noch nicht ausprobiert müsste dann eventuell selber mal ausprobieren also ich habe es bis jetzt halt wie immer nur wie gesagt immer nur gemacht dass ich das gebaut habe dann das und dann das dach drauf ich habe aber ehrlich gesagt noch nie probiert das dach direkt darauf zu bauen wenn ich ganz ehrlich bin warum weiß ich nicht ich habe immer das mittelteil dazwischen gebaut wie gesagt das müsste man ausprobieren genauso übrigens motivationsbeschleuniger genauso wie er damals war als die es wäre ich habe früher muss ich ganz ehrlich sagen ich habe früher immer spd gewählt und hat dann erst recht spd gewählt als es hieß hier unter ich weiß nicht mehr wer wer es war mit uns wird es keine große koalition mit der cdu geben ja kaum waren es mehr oder weniger an der macht schon hatten sie eine große koalition mit der cdu wo ich mir gedacht habe spd ganz ehrlich ihr könnt mich am arschlecken euch will ich nie wieder so klein moment ich muss mal fragen ob jemand verletzt ist weil da ist gerade was kaputt gegangen also für mich hat man zu fn Vielen Dank. Vielen Dank. Die schöne Hand. Ja, die Katzen sind nicht so meins. Also ich bin eher der Hundetyp. Ich habe zwei Hunde, aber meine Frau hat drei Katzen. Also lebt auch alles in einem Haushalt. Ist irgendwie ganz ulkig. So, obwohl das Geilste ist eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Katzen hasse oder so. Ja, genau. Nur Katzen sind halt nicht meins, weißt du? Die kommen, weiß ich nicht, die kommen halt an, wann sie wollen. Und, ja, für die bisher eigentlich nur der Dosenöffner oder so, war ich jetzt mal übertrieben gesagt. Ich kann halt mehr mit Hunden anfangen. Und bin ja auch in der Rettungssonne Staffel mit meinen beiden Hunden. Und weiß ich nicht, ich bin eher der Hundemensch. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich Katzen hasse oder sonst was. Aber ich, eigentlich ignoriere ich die Katzen hier bei uns. Und das mögen die anscheinend nicht, weil die Katzen hängen ewig bei mir. Das heißt, wenn ich mich auf der Couch lege, ich habe direkt ein oder zwei Katzen am Bauch liegen. Also die Katzen schmiegen sich halt immer ziemlich schnell an mich oder hängen ziemlich viel bei mir, wo ich mir immer denke, ey Katze, warum? Ja, ich bin in der Rettungshundestaffel mit meinem Großen jetzt schon seit neun Jahren. Und die Kleine habe ich mir jetzt von einem halben Jahr geholt. Weil die ist jetzt in Ausbildung und wird mein nächster Rettungshund. Und ist dann halt die Große oder die Idee. Also ich denke mal so mit 10, spätestens, nein nicht Feuerbauer, nein, nein, nein. Mit 10 oder spätestens 11 wird mein Großer wahrscheinlich in Rente gehen. Und ja, die Kleine wird jetzt gerade dahin ausgebildet. Ich bin bei der Feuerwehr. Ich habe angefangen vor neun Jahren beim DRK. Und ja, bin jetzt, da ich ja schon ewig bei der Freiwilligen Feuerwehr bin. Und wir bei der Freiwilligen Feuerwehr eine Rettungshundestaffel aufgemacht haben, bin ich jetzt in die Rettungshundestaffel der Feuerwehr gegangen. Weil ist für mich auch näher. So habe ich, wenn ein Einsatz kommt, 5 Minuten Anfahrt. Ja, sagen wir mal 10 Minuten Anfahrt zum Gerätehaus. Früher war ich beim DRK in Aachen und hatte, ja, so eine Dreiviertelstunde Anfahrt bis zur Wache. Das war mir dann irgendwann definitiv zu lang. Und auch zum Training jeden Tag, äh, oder nicht jeden Tag, aber jedes Wochenende dreiviertelstunde hin, dreiviertelstunde zurück. Und das war mir dann doch irgendwann zu heftig. Ja, Motivationsbeschleuniger. Ich sag ja, also irgendwie, ich weiß nicht, ich ignoriere die eigentlich so komplett. Ich gucke die zwar an und sage Hallo oder so, ne, wenn ich sie sehe oder die mir gerade über die Füße laufen. Ähm, aber ansonsten, wenn sie mir aus dem Weg gehen, ist okay, wenn nicht, ist auch okay. Aber ich sag ja, ich hab die dann wirklich entweder jedes Mal neben mir liegen, auf dem Bauch liegen oder die kommen zum Schmusen oder sonst was, wo ich mir nur denke, ey, bloß nicht schon wieder oder nee, ich will gerade nicht oder irgendwas. Aber es ist schon ulkig. Und wenn ich dann sehe, meine Kinder, die dann versuchen, die Katzen zu streicheln oder so, oder auch meine große Tochter zum Beispiel, die ja mittlerweile ausgezogen ist. Wenn die nach Hause kommt, möchte sie die Katzen kuscheln, streicheln und, 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 die gehen erstmal vor ihr laufen. Äh, ja, mehr Rett mit dem THW haben wir des Öfteren auch schon Übungen gehabt. Und wir waren auch vor, vor Corona, also drei Jahre jetzt schon her, waren wir in Münster auf dem THW-Trümmergelände und haben da zusammen im THW geübt. Das war richtig geil, also, es hat Spaß gemacht. Ja, ich bin schon seit, ähm, für Emil, ich bin schon seit über, äh, 25 Jahren jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ab dann halt, wie gesagt, ähm, ach komm, wenn ich eh noch hier bin und quatsch, kann ich auch weiterbauen. Ab dann halt, wie gesagt, äh, viel... Also, ehrenamt, ehrenamt mache ich ja eigentlich schon seitdem ich 16 bin. Und ja, irgendwann... ...habe ich mich da so ein bisschen kundig gemacht, allgemein, weil ich wollte immer schon was mit Hunden zusammen machen und so. Und dann habe ich dann irgendwann mal Rettungshunde gefunden oder mich da ein bisschen klug gemacht und habe echt gedacht, das finde ich geil. Wusste dann auch direkt, was ich mir für eine Rasse hole, also ich habe zwei Border Collies, Arbeitstiere. Und, ähm, also ich habe, muss ganz ehrlich sagen, ich habe es keine Sekunde bereut, auch wenn wir mal so Wochenenden über, äh, auf Übungen sind oder so. Äh, oder mal ein komplettes Wochenende auf Übungen oder so. Wenn man dann mit den Hunden wirklich eng zusammen irgendwo in der Hütte schläft oder sowas. Das schweißt eigentlich richtig schön zusammen und es ist echt super. Ja, ich sage mal, also die Katzen, die wir hier haben, die sind auch mit meinem Großen groß geworden. Den akzeptieren sie auch und haben auch vor dem keine Angst oder sonstiges. Und die Kleine zum Beispiel, die ist ja jetzt erst seit einem halben Jahr hier, die ist halt noch ein bisschen aufdringlich und fordert halt die Katzen auch zum Spielen auf und, und, und. Äh, ja, das, äh, und vor allen Dingen, wenn die Katzen dann mit dem Schwanz wedeln, das, dann denkt die Kleine immer, die wollen mit ihr spielen. Das ist aber dann eher hier bei denen gerade irgendwie so dann Fehlernplatz, weil die fangen dann an zu fauchen. Und die Kleine hat auch schon ein paar Mal ein paar Krallen zu spüren gekriegt und, äh, versucht es halt trotzdem immer wieder. Also es ist schon echt der Hammer. Ja, aber das ist zum Beispiel auch im Übrigen der Grund, warum ich samstags oder am Wochenende allgemein nicht, äh, streame zum Beispiel. Oder mal in äußersten Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn mal bei uns Staffeltraining ausfällt oder so. Aber, äh, samstags bin ich zum Beispiel von morgens 8 bis, keine Ahnung, 18, 19 Uhr, sind wir mit der Rettungshundestaffel im Training. Und, äh, wenn ich dann wiederkomme, habe ich meistens auch keine Lust mehr zu streamen. Ja, und samstags, wie gesagt, kann ich dann über Tag eh nicht streamen. Und sonntags ist eigentlich wirklich auch der einzige Tag, wo ich dann wirklich mal gar nichts habe. Wo ich auch nicht streamen möchte, weil ich dann eigentlich eher mal so einen Tag Familie haben möchte. Also, was weiß ich, mit meinen Kindern quatschen, spielen, zusammen was unternehmen. Und keine Ahnung, also sonntags ist wirklich dann komplett Familientag. Und, ähm, ja. So ist halt bei mir jetzt daraus erstmal gekommen, dass ich halt Wochen über, äh, die in der Woche über streamen tagtäglich. Oder zumindest jetzt wieder mal versuche. Weil den Versuch hatte ich schon mal, aber das habe ich dann versucht abends zu machen. Das hat dann nicht so geklappt. Meistens, wenn ich von der Arbeit kam, war ich todmüde. Jetzt, seitdem ich ja seit erstem Vorten komplett arbeitslos bin, weil ja das Testzentrum, wo ich gearbeitet habe, zwei Jahre lang, ähm, hat jetzt leider dicht gemacht. Oder, was heißt, alle Testzentren haben ja dicht gemacht. Aber es war ja eh klar, dass irgendwann die Testzentren dicht machen. Und, ähm, ja, seitdem bin ich halt wieder arbeitslos. Und, äh, hab mir jetzt gedacht, äh, ganz ehrlich, äh, ich streame jetzt vormittags in der Zeit. Weil, ähm, ja, ich zum einen Spaß natürlich dran habe zu streamen. Und zum anderen, äh, ich mir gedacht hab, wenn ich eh tagsüber zu Hause bin und, ähm, Bewerbungen mache oder sonstiges. Die mache ich ja meistens abends oder so. Dann kann ich, äh, kann ich tagsüber auch streamen. Weil, ob ich jetzt alleine hier sitze und, äh, am Rechner sitze und PC spiele oder ob ich dann das, was ich spiele, mit den Leuten teile und streame oder so. Habe ich gedacht, das passt dann halt ein bisschen eher zusammen. So, warte mal, ähm. Wo habe ich denn jetzt, ich hatte doch eben irgendwo. Wo habe ich denn eben die blöde Fettensäge hingeschmissen? Hm. Also, ich meine, ich weiß zwar noch, wo ich noch eine Kettensäge hätte, aber, ah, hier ist sie doch. Und im Übrigen sind hier auch noch Bretter, die ich gebrauchen könnte. Dann nehmen wir sie doch direkt mal mit hier. Also, so. Äh, was braucht ich denn jetzt hier? 24 Stücke und 12 Bräder. Drei, sechs, neun, wölf. Drei, sechs, neun, wölf. So, das sind vielleicht 15, 15, 20, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe. Zerlegen, zerlegen. So, ich bräuchte noch vier Stücke. So, da rein. Aber die vier Stücke kriegen wir auch ganz leicht hier raus. So, ich bin jetzt hier. so dann mal kurz das hier zusammen nein das nicht das wollte ich haben so in die hände nehmen du solltest natürlich schlagen das hier noch zerlegen so die drei könnten wir jetzt noch bündeln und dann nehmen wir die mal mit hier so geht es auch soweit für dich das wird dann montag erst mal weiter gebastelt hier so aber ich krieg jetzt langsam hunger und meine hunde müssen mal so langsam ja was heißt müssen nicht raus die waren erst um zwölf und meiner frau aber ich gehe nachmittags immer mit denen eine große runde von etwas mehr wie einer stunde und daher werde ich das jetzt auch wieder machen und bedanke mich auf jeden fall dafür dass er dabei war hat mich echt riesig gefreut vielen lieben dank und auch vielen dank für die netten gespräche ich hoffe es hat euch soweit gefallen und ihr seid dann vielleicht auch nächste woche wieder mit dabei wir haben zurzeit wie gesagt montags ab 9 bis ja meistens so 14 uhr vielleicht manchmal auch länger online manchmal auch ein bisschen kürzer aber dafür bin ich halt dann abends vielleicht noch mal drei vier stunden online und ja möchte mich auf jeden fall bedanken und wünsche euch ein schönes wochenende und ja bleibt gesund und sagt jetzt erst mal ciao bis dahin abonni 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 abonni